So Leute, heute mal wieder eine kleine Sondersendung mit dem reißerischen Titel Kondition Rot, Blackout. Ja, wobei so reißerisch ist der Titel gar nicht. Da gab es ja schon bessere Titel, wie zum Beispiel die Entlarvung des alternativen Schwurbelmedienzirkus. Der Titel war doch geil. Ja, über dieses Thema möchte ich mich heute ein bisschen mit euch austauschen. Also nicht über den alternativen Schwurbelmedienzirkus. Das haben wir ja in der letzten Free-for-Eye-Folge nochmal ausführlich gemacht. Sondern ja, hier Blackout, Internet, Zusammenbruch, was noch, Zusammenbruch von Versorgungsketten, was uns halt so in absehbarer Zeit bevorstehen könnte. Naja, allerdings bevor es losgeht, was gibt es denn noch so Neues? Also in letzter Zeit, ich habe gesehen, Gott weiß es, hat mal wieder ab und zu eine Sendung gemacht. Dann könnt ihr ja freut sich bestimmt, wenn ihr da mal vorbeiguckt, dann bei Manuel meint, da ist auch wieder was los. Ich finde ihn zwar nach wie vor widerwärtig, allerdings heißt das ja nicht, dass er nur Scheiße produziert, sondern ganz im Gegenteil. Zum Beispiel hier ein Video mit, bist du geimpft, Begründung, bla bla, also so ein ähnliches Video wie das, was ich schon mal gemacht habe. Ja, könnt ihr mal reingucken, da habe ich schon gar einen Daumen hoch gegeben. Also, ich kann es gar nicht fassen, aber wirklich. Ich habe noch irgendwas gesehen vom, der hat doch letztens irgendwie da ein Lagerfeuer gemacht oder so. Guckt da einfach mal rein, der, wie gesagt, der ist jetzt da wieder schwer Livestream-mäßig. Da habe ich noch irgendwas gesehen, hier Sendung, irgendwas, da will er irgendwas machen, da Darbietung oder so. Guckt da einfach mal selber rein, ja, ich habe es doch teilweise nur überflogen. Ja, was war noch in letzter Zeit los? Eigentlich ist es so viel. Ja, wobei, eigentlich stimmt das ja gar nicht. Es ist natürlich extrem viel los. Es ist mehr los als jemals zuvor. Also, wir sind ja hier wirklich in so, wie soll man das sagen? Wir sind ja hier Zeitzeugen von einem Ereignis. Dann gab es das überhaupt mal. Ja, kann sein, dass es vor ein paar hundert Jahren mal was Ähnliches gab. Aber das können wir natürlich nicht wissen. Halt wirklich ein riesen Umbruch, ne? Ja, ein Haufen Leute hier schreiben, ähm, LOL, Thema Drachenlord war groß in den Medien. Ja, irgendwas. Sascha Lobo hatte, glaube ich, auch noch was gesagt dazu. Ich habe das jetzt aber nicht so hundertprozentig auf dem Schirm gehabt. Also, generell zu solchen Themen haben wir uns ja früher schon ganz oft geäußert. Also, was ist hier? Liebe Grüße in den Chat. An dich, Let's Play. Like ist raus. Ja, prima. Der Christian Ratzfatz. Moin. Was ist mit Zwulm? Zwulm schreibt da auch mal was. Hallo, Christian. Prima. Hallo, Sandro. Corona-Krise, teilweise Testpflicht für öffentliche Verkehrsmittel. Let's Play. Ist einer der wenigen mit Niveau. Oh, ja, na klar, hier, ne? Leute, hier, von den knapp 14 Millionen sind wir auch noch ein bisschen entfernt hier von Thomas Gottschalks Einsteigquoten. Ich habe mir das verwischt angeguckt hier, ne? Wird denn das tatsächlich? Also, ja, am Schluss hatte ich das ja gar nicht mehr geguckt, großartig, ne? Also, aber ich fand jetzt cool, dass er mal wieder was gemacht hat. Und ich finde auch hier, die Michael Hunziger, die hat doch diesmal nicht so viel reingequatscht. Das hat mich nämlich auch genervt gehabt, ne? Wo der dann plötzlich da, wo sie dann da als Co-Moderatorin aufgetaucht ist. Ich fand das immer so ein bisschen doof. Also, finde ich aber cool, dass er einfach so sein Ding durchgezogen hat. Er redet ein bisschen komisch in letzter Zeit, ne? Meinte, er hat vielleicht einen Schlaganfall gehabt oder sowas. Kommt mir auch ein bisschen verlangsamen vor. Bist du geimpft? Spritze. Ja, Gott sei Dank hat auch gesagt, er wäre geimpft. Schämen wir Böses, wenn man denkt. Ach komm, der hat doch bestimmt hier nur sich die Großartslösung initiieren lassen. Ritterhaus war auch groß in Medien. Oder Rittenhaus? Da steht Rittenhaus. Ach so, meinst du damit, ist da jemand gestorben oder so? Boah, in letzter Zeit sind viele gestorben, ne? Guck mal hier vom Joe Conrad. Hat er das letzte Video da, wo er das neue gemacht hat. Guckt er mal. Da ist, er war da auch ein bisschen augenscheinlich angekratzt, ne? Was ist denn mit, ist Anna-Maria August auch gestorben? Ich habe das nicht so mitbekommen. Ich glaube, er hat da irgendwas erwähnt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Guck es euch lieber nochmal an. Also, sie war ja auch schon hier in der Sendung drin, ne? Ein Gute zugehört. Und da habe ich die Schnute voll von... Äh, wie? Ja, ist ja so wie immer. Mega Heuchler. Wer ist hier der Mega Heuchler? Ja, ich. Zö. Zö. Was? Tschö. Tschö. Ich kann das nicht, ich kann eure Sprache da nicht. Äh, ja, dann weiteres Geheuchel. Och Mann, wir hatten das mal gesagt hier mit dem Geheuchel. Oh, Leute, wisst ihr, eins der besten Videos von Astro-Tony, dass ihr hier wirklich... Wie hieß denn das? Fluplus zerstört oder so. Oder wie hieß das noch? Das war aber saugeil. Und dann hat er doch auch irgendwas gesagt. Hier, unwissenschaftliches Geheuchel. Oder wie war das noch? Guck der Stadt nochmal an, das war fantastisch. Äh, aber wir wollen jetzt einmal hier ein bisschen loslegen, ne? Hendra, Hendra, das ist der Richtige. Sag mal, kannst du mir den Tony Mahoney-Docs-Ans-Audov senden, bitte? War Doxen nicht irgendwie hier, äh, sowas war der Knacki-Mang gemacht dann? Nein, natürlich nicht. Äh, war übrigens einer der wenigen, die sich damals hier wirklich direkt, ich hab da direkt Anna geschrieben hier, sag mal bitte das und das, oder schreib das mal in Chat. Äh, was ist denn das hier? Also ich weiß jetzt nicht, von wem die ist, ne? Aber bitte hört auf hier irgendwelche Adressen zu posten. Und sei es auch, wenn sie nur fiktiv sind, ich weiß es nicht. Lass das mal bitte. Ja? Wie wär das? Muss ich das jetzt hier alles einzeln entfernen? Oh, Leute, lasst doch mal. Ich find das Thema hier eigentlich schon wichtig, ja? Ritterhaus war ein, was, 17-Jähriger, der zwei Leute erschossen hat, aber freigesprochen wurde, ist ein... Ah, das meinst du, ach so, genau, aber das hat denen dann nicht so gepasst, ne? Weil er eigentlich nur in Notwehr gehandelt hat, offensichtlich, oder wie das auch immer war. Letzte Welle, irgendwann, ja, Knacki, was macht denn der Knacki überhaupt? Ist der eigentlich wieder raus? Ist der jetzt, bist du eigentlich wieder raus, denn ich? Gib mal bitte Schlüssel, ne? Ne, dein Chat doxt grad. Jo, Leute, lasst, lasst wirklich das gedoxet hier mal sein, ne? Äh, macht Chatbremsel und Sandro Moll, grob, grob fahrlässig, mal wieder von LP, grüß. Hallo, ja, hier ist doch der Zwolle, hi. Äh, so, aber wir wollen jetzt mal hier aufs Thema eingehen, ne? Also, ich möchte euch mal, nicht euch, also ich möchte mich mit euch ein bisschen austauschen, äh, denn ich hab mir so ein paar Gedanken gemacht, ne? Ich bin jetzt natürlich hier nicht der absolute, äh, Experte auf dem Gebiet, ne? Äh, aber man kann schon so ein bisschen überlegen, und so gewisse Szenarien, die kann man halt auch schon mal so gedanklich durchgehen, ne? Dann ist man nicht mehr so ganz überrascht, falls es mal passiert, falls es mal passiert, ne? Oh, lass doch mal hier die Punkte da. Was soll denn das? Also, ich find das, ich find das total nervig gerade, ja? So. Also, um wieder zum Thema zurückzukommen. Es gibt doch diese Geschichte, also, ich hoffe, dass ich sie noch halbwegs sinngemäß hinkriege. Da ist jetzt also, äh, so ein Typ, und da ist Hochwasser. Wenn er ist da, glaub ich, irgendwie auf dem Dach oder was, das Wasser wird immer höher. Und dann kommt so ein Boot vorbei, und hier, äh, soll ich mich mitnehmen. Und der dann, nee, ich bin fest im Glauben, oder irgendwas, sagt er da, Gott wird mich retten. Das Wasser kommt aber immer höher, da kommt nochmal ein Boot. Und, äh, dann, ja, dann fangen die auch wieder, die, ja, kommst du jetzt mit und so? Ein Nö, es kann sogar sein, dass da nochmal ein Boot kommt. Und, ja, aber wenigstens wurde der Link zur Sendung geteilt, ne? Das wären vielleicht vierte Leute hier nicht drin, ne? Ja, man kann nicht alles haben. Äh, auch das sind Zuschauer. Ja, also, da, ich danke auch trotzdem euch, auch wenn ihr hier so eine Sache, Sachen da immer, hier, so Punkte macht, oder was auch immer, jetzt hier schon wieder. Also, was soll denn das? Ja. Ja, und wie gesagt, das kann sein, dass da sogar noch ein drittes Mal das Boot gekommen ist. Und, ja, und dann irgendwie, oh, jo, 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 Leute, ey, jetzt, ich, jetzt hört aber mal auf hier. Ja? Mir wäre das eigentlich egal, also, es ist halt nur so ein Zeichen halt, ne? Kommt nochmal drauf an, was man draus macht, aber ihr wisst ja selber, dass, ich hab keinen Bock, dass deswegen hier, äh, das, der Stream dann irgendwie dicht gemacht wird, oder so, ne? Versteht ihr? So. Ja, und, äh, wie gesagt, das Wasser steht ihm schon bis zum Hals. Und, nee, nee, Gott wird mich retten, und dann, äh, säuft er ab, ne? Also, wenn ihr übrigens wissen wollt, wer das gestorben ist, dann guckt euch, wie gesagt, die letzte Sendung vom Joe Conrad an, ne? Der, ne? Ne? Der erzählt da ein bisschen was. So. Ja, und wie gesagt, der säuft dann halt ab. Und dann ist er irgendwie im Himmel, und dann sagt er ja, hier, Jesus, oder was auch immer, warum hast du mir nicht geholfen? Warum hast du dir nichts gemacht? Und da sagt er, ich hab da doch drei Brote vorbeigeschickt. Ne? Oder so, so und so ähnlich war halt diese, war das halt, ne? Und, ihr Leute, ich bin ja total abgelenkt hier die ganze Zeit, ne? Weil hier die ganze Zeit irgendein Mist, äh, ein Chat reingeschrieben wird, ne? Und das ist halt nicht gerade förderlich hier, finde ich. Könnt ihr, könnt ihr das nicht einfach mal sein lassen? Oh, Leute, ich hab jetzt keinen Bock, hier noch alles zu konfigurieren, oder so. Also, ich glaub, ich weiß noch nicht mal, wie das geht, hier mit Stream, ja, wie ich da irgendwie der Chatsperre, oder was? Ja. Bist du mal gucken, wie... Ne? So. Ja, und das, das ist halt eben der Punkt, ne? Und vielleicht ist ja einfach, vielleicht könnte ja diese Sendung hier für den einen oder anderen, das Brot sein, ne? Und wenn das stimmen sollte, was in der Bibel steht, und manche, bei manchen ist ja auch die Rede davon, dass hier jetzt quasi die Endzeit ansteht, oder vielleicht, dass wir schon mittendrin sind, ja, oder zumindest am Anfang. Und, äh, hier, RealSandro 2.0, hier, Problem, Reaktion, Lösung, Schlüssel, ne? Äh, Lass es hier, bleib zu Hause. Ja, geht es jetzt damit wieder los? Hier schon wieder, ne? Ja, da, 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 da. Dann sind hier auch irgendwelche Fotos drin, aber ich weiß es nicht, wer das ist, ja? Ich sehe es ja auch hier nur ganz klein, aber lass das einfach. Ja? Ja, und wenn, wenn, wenn das tatsächlich so sein sollte, hier, bibeltechnisch, und das hier, wieso habe ich denn jetzt hier nur blockiert? Ach, keine Ahnung, Leute, äh, was ist denn hier los? Hier spinnt auch gerade alles, meine Maus, die spinnt gerade auch so ein bisschen. Ja, ich will natürlich hier ausblenden, und nicht blockieren. Ja, wenn das wirklich so sein sollte, dann, äh, wird euch natürlich hier diese Sendung auch nur bedingt weiterhelfen, ne? Also, die wird euch dann auch nicht retten. Äh, oder auch andere Sendungen von Leuten, die sich halt wirklich mit sowas auskennen, ne? Äh, ich meine, das sollte klar sein, dass euch dann nur, eigentlich, grundlegend, eigentlich nur einer helfen, ne? Und den könnt ihr dann auch um Hilfe bitten. Vielleicht hilft euch hier dann. Oder auch nicht. Werdet ihr sehen. So. Was schreibt da, ja, hier, das ist ein Läufendorf, ja. Äh, ja, dann labern wir jetzt mal ein bisschen hier über das eigentliche Thema, würde ich sagen. Ähm, es sind ja in letzter Zeit ein paar Sachen passiert. Guckt doch mal. Zum Beispiel, äh, mit dieser Flutkatastrophe, ne? In der Eifel, unter anderem. Oder da, wo dann hier irgendwie plötzlich Facebook nicht mehr ging, oder was auch immer, ja? Oder andere Social Media, hier, Kanäle, WhatsApp und sowas, ne? Und da hab ich schon gedacht, oh, scheiße. Weil, das wurde nämlich vorher angekündigt, dass sowas kommen würde. Aber es wird andauernd was angekündigt. Ich konnte ja nicht wissen, dass diesmal wirklich was passiert. Aber es ist ja dann auch gar nicht so wirklich das passiert, was da gesagt wurde. Nur ganz kurz. Aber das war schon sehr, sehr strange. Ich hatte da was hochgeladen, hier nochmal von Joe Conrad und so, er hat sich ja dazu geäußert. Da hab ich echt schon gedacht, scheiße. Also man hat halt wirklich das Gefühl, dass die Einschläge immer näher kommen. Und man kann das ja vielleicht auch als so eine Art Testlauf sehen, ne? Wenn sowas passiert, dass man dann denkt, wenn das jetzt ein Ernstfall gewesen wäre, wäre dann, wäre dann alles quasi, wie soll ich das jetzt sagen, hätte man dann entsprechende Vorkehrungen getroffen gehabt, ne? Also das, was schreibt hier, die Endzeit wurde doch schon viel zu oft angekündigt. Äh, und es ist nichts passiert. Ja, ja, wollen wir hoffen, dass es nicht die Endzeit ist. Ja, also ich, brauche es nicht. Äh, äh, das bin ich, außer wenn hier wirklich die totale, keine Ahnung, nur noch Müll wäre und irgendwie alles scheiße und, äh, irgendwann, dann würde ich dann schon sagen, ja, dann kann das auch für mich aus irgendwie, kann hier auch aufgeräumt werden. Aber da sind wir, glaube ich, noch nicht. Äh, das bin ich, mit meiner Frau, Einstellungen bearbeiten, langsamen Modus, Leute, dann hört doch einfach auf, die Scheiße zu machen, da brauchen wir auch keinen langsamen Modus. Ich habe da hier noch nie einen langsamen Modus gebraucht. So, Modus für Abonnenten einstellen, äh, Christian ist Moderator nennen, ich stimme für Christian, äh, dass man nur alle paar Sekunden überschreiben kann, äh, er muss moderieren. Ja, die kann von mir aus hier dann im Chat ein bisschen gucken, ja. Ich weiß aber gerade nicht, wo sie ist, also, so, also temporär würde ich der dann auch einen Schlüssel zu geben. Was, Kinder wieder unterwegs und wollen die Sendung zerstören, ignorieren wir einfach. Ja, aber ich will schon wissen, was die anderen Leute schreiben, ne, denn, äh, ja, das war halt, mal gucken hier, ne, also, ich bin ja jetzt nicht hier jemand, der hier voll, jetzt hier die Sachen raushaut, oder jetzt absoluter Survival-Profi, oder was auch immer, ja, mit einem Atomschutzbunker, ne, so ist das ja nicht, sondern, wir tauschen das ja aus. Ihr habt da vielleicht auch gute Ideen und schreibt mir das dann auch, nach der Sendung auch in die Kommentare rein, unter dir in den Chat. Und, ja, also, ich würde mal wirklich sagen, mh, jetzt stelle ich mir vor, so, ihr sitzt jetzt da, guckt die Sendung und dann, gut, jetzt ist es noch hell, ja, aber von mir aus ist es halt schon dann dunkel, ja, also ganz dunkel und, ähm, dann geht nichts mehr. So. Und dann denkt er vielleicht am Anfang, ja, vielleicht eine Sicherung oder so bei mir im Haus und dann guckt er raus und er sieht ja, das ist vielleicht auch alles dunkel. So. Dann könnt ihr mal jemanden anrufen, der vielleicht weiter weg wohnt, um mal ein bisschen abzuschätzen, geht da auch nichts. Es ist so, dass manche Sendemasten, also hier vom Mobilfunknetz, die haben teilweise noch so einen Notstrom oder was. Geht aber nicht unbedingt mega lange. Falls ihr nicht anrufen könnt, könnt ihr vielleicht eine SMS schicken noch, äh, weil die einfach weniger Bandbreite benutzt. Weil Anrufe werden dann halt priorisiert für, weiß weiß ich was, irgendwie hier Hilfskräfte oder sowas, ne. Ähm, so, dann könnt ihr mal gucken, was, was halt Sache ist, ne. So. Und, ähm, wie geht's dann weiter? Wenn's dunkel ist, also ich nehme an, ihr habt irgendwo ihr Handy rumliegen, ja, das hat ja in der Regel auch mehr oder weniger eine Taschenlampe, ja, also dieses LED-Licht, ja, seht ihr schon mal ein bisschen was? Loal Chat wieder im Murmeltier-Modus. So. Nur, ich würde jetzt sagen, ne, bevor wir da jetzt anfangen, mit so einem Szenario, wir haben ja Glück, dass das noch nicht soweit ist, ja. Und vielleicht kommt das ja auch nie, ja, vielleicht, ich meine, man sensibilisiert die Leute jetzt immer mehr, was sowas angeht, ja. äh, das kann aber auch Angstmache sein, ne. Und es gibt einige Leute, das sind gar nicht mal so wenige, die verdienen auch, äh, gutes Geld daran, ne. Äh, trotzdem, also, ich würde mal Folgendes sagen, ne. Wenn ihr euch vielleicht bisher noch gar nicht damit befasst habt, dann muss das nicht unbedingt jetzt von Nachteil sein, denn bisher ist ja noch nichts in der Richtung. Es sind zwar schon ein Haufen andere Sachen, das ist schlimm genug, aber das ist jetzt zum Glück noch nicht so. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn, was ist denn der erste Punkt, wenn man sich mit sowas beschäftigt? Ich würde sagen, Geheimhaltung, ja. Das jetzt keinem zu erzählen. Und nach Wirklichkeit auch keine Live-Sendung drüber zu machen, so wie ich jetzt hier. Das Display will eben dich, ja, das höre ich gerne, ja. Aber bitte jetzt nicht schreiben, dich und dein Arschgesicht. Äh, ja, äh, also nach Möglichkeit am besten im Zweifel keinem erzählen. Jetzt sei denn natürlich, ihr habt da Leute in der Familie oder im Bekanntenkreis, ja was, Freundeskreis, die sich jetzt da auch intensiv damit befassen oder so. Aber selbst da würde ich aufpassen, ja. Also am besten einfach das keinem erzählen. Erstmal. Überhaupt, dass ihr euch überhaupt da in der Richtung Gedanken macht. Weil das ist ja schon mal der erste Schritt. Überhaupt, ne, das zu registrieren, dass da vielleicht mal was sein könnte. Ne. Und ihr seht ja, es sind ganz andere Sachen passiert. Ja. Äh, ich sag nur die sogenannte Pandemie und das alles. Äh, der hätte ja auch vorher, vorher die meisten gedacht, hier, das kommt so nicht. Ich hab ja auch nicht so in der Form damit gerechnet. Ja. Wobei, so völlig überraschend kam es nicht. Wir erinnern uns ja an Schweinegrippe, Vogelgrippe, bla, 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 bla. Schweinegrippe, da waren ja damals schon einige Sachen im Gespräch. Äh, okay. Also, ich bin jetzt hier so ganz überrascht, dass irgend sowas in der Richtung kam, aber dann die Umsetzung und auch die Geschwindigkeit und das alles, äh, das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, in der Form. Äh, um einen Netzausfall musst du dir keine großen Sorgen machen. Dafür gibt es keinen großen An- und Ausschalter. Tja, aha. Ja, da könnt ihr euch übrigens noch mal die Serie angucken, hier mit Moritz Bleibtreu. Ist eigentlich auch einer der wenigen guten deutschen Schauspieler, finde ich. Äh, aber der hat doch noch andere Filme gemacht, die gar nicht so schlecht. Auch die vierte Gewalt, das ist schon ein bisschen älter. Der war auch, oder Lola rennt. Äh, so, wie gesagt, also hier Blackout, morgen ist es zu spät, könnt ihr euch mal reinziehen. Oder auch, das ist ja quasi, äh, eine Serie auf Basis des Buches. Ja, es gibt ja so einen Roman. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kann man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, ne, wie sowas denn laufen könnte. Ja, mh. So, ihr habt euch jetzt also ein paar Gedanken gemacht und dann ist die Frage, wo seid ihr überhaupt? Wo ist euer Standort? Ja, seid ihr vielleicht in Frankfurt am Main oder in Berlin oder in Hamburg? Äh, das ist nochmal eine andere Geschichte, als ob ihr jetzt vielleicht irgendwie, was weiß ich wo, total abgeschnitten irgendwo seid, im Niemandsland, ne, oder auf der Insel, ne, ich, also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr irgendwo in einer größeren Stadt seid, das muss jetzt noch nicht mal so eine Mega-City sein, ja, äh, aber wenn ihr da irgendwo seid, dann würde ich schon mal sagen, äh, denkt mal drüber nach, also, ihr könnt da ruhig mal was schreiben im Chat, wie ihr das so seht, also vielleicht liege ich ja da völlig falsch, ne, also ich sage jetzt nicht hier, ich erzähle euch, was Sache ist und so ist das jetzt und nicht anders, ja, das sind nur halt so Gedanken, die ich mir halt gemacht habe, als Laie. so, äh, und ihr seid dann da und die Frage ist, ist, ist diese Position überhaupt zu verteidigen, im Notfall, wenn irgendwas ist, denn es ist davon auszugehen, dass wenn wirklich mal ein längerer Stromausfall wäre und damit meine ich jetzt nicht ein paar Stunden, sondern eben eine Woche oder so oder noch länger, äh, dass dann zum Beispiel die Städte zu Todesstunden werden, ne, für viele und das ist schon mal so ein Ding, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt in Frankfurt wohnen würde oder so, dann würde ich jetzt nicht hingehen und mir da, äh, super krasse die ganze Bude vollstellen mit irgendwelchen Sachen, mit Essen oder so oder was auch immer, würde ich nicht machen, weil ihr müsst dann weg unter Umständen, weil da zu bleiben, das könnte tödlich sein, wenn was ist und dann könnt ihr eh das nicht alles mitnehmen, ja, jetzt sei denn, ihr habt, was weiß ich was, LKW mit Anhänger oder, äh, ne, also wahrscheinlich ja nicht, so, und dann klappt das alles zurück und wer kriegt das dann? Die Plünderer und ihr habt ja umsonst da viel Geld ausgegeben, ja, also, was übrigens clever wäre, wenn ihr dann euer Haus oder eure Wohnung verlassen müsst, am besten noch alles, äh, so, verwüsten, ja, als hätte da jemand irgendwas durchsucht, damit wenn Plünderer kommen, dass die denken, ja, da ist schon alles rausgeholt worden, ne, also, den Gedanken hätte ich hier zum Beispiel. Das ist ein Film oder Serie, für gewöhnlich haben die nicht viel mit der Realität zu tun, ja, deswegen ist er auch ein Film, aber, äh, was man so in den Nachrichten sieht, auch nicht unbedingt. Ich bin gerade aufgestanden und habe einen, du hast einen Kader. Ich mache mir gerade null Gedanken, ich höre deine Worte, um klar zu werden, im Kopf, aber das ist ja wirklich eines der größten Komplimente, was mir jemals jemand gemacht hat, ne, also, das, ich hätte eher gedacht, dass das Gegenteil der Fall wäre. Äh, was holt Toni rein, der jetzt verheiratet, macht Herrschaftsgeseier? Also, klar, ich habe da auch schon mal kurz reingeguckt oder so, aber ich kann da jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig was damit anfangen, ehrlich gesagt. Also, ihr könnt da ruhig mal hingehen, ne, der neue Kanal von ihm heißt Toni Benreiner, weiß noch nicht, der war, schreibt mir auch gerne mal Kommentare oder so, oder, ich habe auch irgendwas gehört, der wollte auch mal wieder Live-Sendungen machen, geht da gerne rein. Also, für mich ist es momentan schon ein bisschen abgespaced, aber vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit, ja. Kann ja sein, vielleicht hat er ja mit allem recht, weil er sagt. So. Ja, teilt mal noch ein bisschen den Link und so, dass hier noch ein paar Zuschauer kommen. Äh, wir haben ein gut ausgebautes Stromnetz, was auch unabhängig füreinander arbeiten kann. Stellenweise haben wir sogar viel zu viel Strom und müssen zum Beispiel Polen bezahlen, dass sie überschüssig nehmen. Ja, ist doch prima, wenn hier alles tralala ist, ne, dann passiert ja nichts. Das ist ja schon mal gut, da haben wir eine Sorge weniger, ne. Äh, nur so hundertprozentig sicher wäre ich mir da halt nicht, dass nichts kommen kann, ja. Äh, es muss ja auch nicht unbedingt sowas sein. Und übrigens auch dieser sogenannte Blackout, da gehen ja viele davon aus, ja, dann ist seit langem nicht mehr da der Strom, müsste ja gar nicht sein. Es kann ja sein, dass, äh, das einfach immer mal wieder ist, für ein paar Stunden oder so, oder für einen Tag, ja. Oder dass das irgendwie rationiert wird, oder dass es irgendwie heißt, ne, ihr habt jetzt nur von dann bis wann Strom. Gibt ja in manchen Ländern, gab's ja da schon, ne. So könnte das auch sein, das kann auch die Leute zermürben, ja. Äh, Toni, ich bin Rainer, der wahre Ben, bist du geimpft? Wie geht's dir auf, also ich bin gegen viele Sachen geimpft, also du meinst jetzt wahrscheinlich hier, äh, äh, Covid-19, ne. Ne, also da würde ich mich nicht freiwillig impfen lassen, aber da habe ich mich ja auch schon jetzt geäußert, ja, in anderen Sendungen. Äh, und wie gesagt, man hat jeder von meiner Gemeinde angucken, diesbezüglich, äh, ach so, und da hat er noch eins gemacht hier mit seiner Schwester und so, was er erzählt hat, also das, äh, das hat mir auch noch ganz gut gefallen. Also das und das hier mit den Impfen, mit der Begründung. Aber wie gesagt, die Begründung ist sehr ähnlich ausgefallen wie meine. Äh, 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 so, wenn du da in der Eventbranche tätig bist, bist du natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, ne, also, ist scheiße, ne, also, ich wünsche den Leuten jedenfalls sowas nicht. So. Okay. Also, habt ihr euch jetzt ein paar Gedanken gemacht, ne, in Zweifel erstmal keinem erzählen, dann mit der Position, wie sieht's da aus, ja, äh, da könntet ihr euch jetzt auch schon mal Gedanken machen, wo, wo könnt ihr denn hin, wenn irgendwas wäre, ja, noch bevor ihr da irgendwas euch organisiert, oder wie auch immer. Weißt du was, mit Ihnen hier, ob ich keine Ahnung, ich hab von dem schon ewig nichts mehr gehört, der hat doch irgendwann was mit Behinderten gemacht, oder so, ne, auf seinem Kanal, ich weiß auch gar nicht, ob der Kanal überhaupt noch existiert, das hat doch irgendwie auch keine Sachen interessiert, also, oder kaum einen, äh, mh, ja, wo könnt ihr hin, ne, also in, in Dänemark sind momentan die Immobilienpreise ziemlich günstig, ja, könnt ihr euch ja auch suchen, äh, ich lebe in Texas hier, gibt kein Corona, keine Massnahmen, Let's Play, nach eurem Zwist, war er aus den Augen, oh, Leute, das war eine schöne Sendung, ne, hier, äh, ich hatte extra nochmal das Video hochgeladen, Tag der Abrechnung, mit dem C1000 als, äh, als Thumbnail, ne, war schön, äh, wann, da war noch was los, hallo erstmal, ne, was ist denn hier los, äh, ich fand das immer geil, wo hier mal jemand im Chat war, der sich Gottschalk für Arme genannt, mach mal wieder hier den Namen, falls du zuhörst, und auch wieder das Bild dran ab, was waren das eigentlich noch, ich glaube, das Bild muss nicht immer nichts sein, aber einfach den Namen halt, äh, so, ja, also wo könnt ihr hin, ne, also wenn ihr irgendwo sowieso auf dem Land wohnt, was vielleicht abgelegen ist oder so, dann ist das ja vielleicht schon mal eine ganz gute Position, selbst da könnt ihr euch Alternativen überlegen, äh, wie gesagt, äh, wenn ihr vielleicht arbeitstechnisch da irgendwie in der Stadt seid oder was, was weiß ich, ihr arbeitet in Frankfurt am Flughafen oder so, klar wohnt ihr dann auch dann in der Nähe, ne, dann, dann halt überlegen, vielleicht könnt ihr euch ja irgendwo auf dem Land oder so oder irgendwo, muss ja nicht groß sein, vielleicht könnt ihr euch irgendwo eine Zweitwohnung mieten oder so, oder vielleicht sogar eine Drittwohnung, wenn ihr ein bisschen was übrig habt, ne, einfach überlegen, wie sinnvoll ist das, ne, es ist bei jedem unterschiedlich, könnte aber so sein, dass es sinnvoll wäre, dass ihr dann dahin fahrt, ja, zum Beispiel, oder ihr könnt vielleicht bei Verwandtschaft unterkommen oder so, was auch immer, ja, es gibt ja auch Leute, mit denen kann man sich schon über sowas unterhalten, ne, wenn die auch so ein bisschen drauf sind, aber ihr müsst leider damit rechnen, dass viele euch da irgendwie ja zurückabstempeln werden, wenn ihr euch solche Gedanken macht, dann heißt das halt irgendwie Verschwörungstheoretiker oder was auch immer, ja, also, da würde ich echt aufpassen, weil das kann echt so ein Nachteil sein, stellt euch mal vor, äh, ihr erzählt hat, eurer Familie oder Verwandtschaft oder so auch immer, und die unterhalten sich da irgendwie mit Nachbarn oder mit anderen Leuten, hö, 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 lachen dann vielleicht sogar noch gemeinsam darüber, ja, der ist jetzt auch hier so ein, ich weiß nicht, Reichsbürger oder wie nennt sich das immer alles, ja, äh, diese ganzen Begriffe, oder, äh, was auch immer, ja, äh, und ihr seid jetzt dann als Mögliche, ne, wenn ihr euch mal ein paar Gedanken macht, also bei manchen Leuten, ne, kann, könnte das durchaus passieren, so, und dann, dann heißt es bestimmt noch, der ist Corona-Leugner oder was auch immer, ja, so, und, früher hieß es noch irgendwie Wutbürger, den Begriff habe ich jetzt auch nicht mehr so oft gehört, man hört jetzt eher immer Querdenker oder so, ist doch egal, ja, also eins von den Begriffen halt, und dann kann es halt sein, dass es nicht drüber lustig ist, man, hö, 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 der ist hier gekommen mit das und das und das, so, dann lachen die vielleicht drüber, aber, wenn dann hier wirklich das Chaos ausbricht oder nichts mehr zu fressen da ist oder so, dann kann es sein, dass sie sich daran erinnern werden, Moment, die haben doch hier erzählt, ah, der ist so und so, ah, vielleicht hat der was daheim oder so, und rate mal, vor welchen Hausdürfen stehen, versteht ihr nachher, also ich würde da echt, würde da echt aufpassen, also bei Leuten, wo da irgendwie auf taube Ohren stößt oder so, da würde ich sehr, sehr zurückhaltend sein, ja, äh, ja, die könnt ihr euch schon mit selber in Gefahr bringen, also, mal überlegen, so, wo könnt ihr hin, oder seid ihr vielleicht schon am Standort, der vielleicht ganz gut zu verteidigen ist, ist natürlich auch nicht schlecht, wenn ihr ein paar Leute kennt, vielleicht schon eure Nachbarschaft oder so, wir haben da auch schon drüber gesprochen, äh, mit Peter Müller auch, äh, in dieser Sendung, äh, im freien Fall, äh, Stars der alternativen Medien, ja, und, auch könnt ihr euch schon mal angucken, auf den Ausschnitt hier, brauchen wir Politiker, da haben wir, in dem Ausschnitt haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, äh, dass man da eben guckt, dass man alles in Ordnung bringt, jetzt ist sowieso die Zeit, alles mal in Ordnung zu bringen, ja, äh, auch zu gucken, auch mit Verwandtschaft oder so, oder vielleicht ein schlechtes Verhältnis mal gehabt, es gab böses Blut oder wie auch immer, äh, das jetzt auch in Ordnung zu bringen, nach Möglichkeit, klar, wenn die das nicht wollen oder so, und das ist eine einseitige Geschichte, dann wird das nicht viel bringen, ja, aber ihr könnt zumindest halt, Bereitschaft signalisieren dazu, ja, oder halt, äh, auch mit Freunden oder was auch immer, ja, also, jetzt ist eigentlich da schon ein guter Zeitpunkt, ja, aber nur, wenn ihr da doch wirklich wollt, und nicht jetzt da irgendwas heucheln oder so, ne, also, versteht ihr, was ich meine? Ein Ort der Wahl wäre, kein Schadker, ja, das erinnert mich gerade ein bisschen an Risiko, äh, oh, Risiko, ne, das ist auch mal auch so ein Punkt, können mich auch später nochmal dran erinnern, weil da spielt nämlich auch noch eine Rolle, äh, so, äh, Tavar, Katai, Mountains, oder wie auch immer man das ausspricht, ein weiterer Geheimtipp, also, Deutschland ist verloren, das ist klar, ja, nur, die Frage ist wirklich, wenn sich das komplett weltweit ausbreiten sollte, gewisse Sachen, dann ist halt die Frage wohlzunehmen, also, das ist sehr, sehr schwierig dann, ja, vielleicht werde ich auch noch ein paar Links reinsetzen hier und das Video, aber ich kann nichts versprechen, wenn ich Lust und Laune habe, vielleicht schaffen wir es aber auch selber hier das meiste anzusprechen, aber da gibt es ja genügend Kanäle, die sich mit solchen Dingen da befassen, also, braucht ihr nur einzugehen bei YouTube, ich muss ja jetzt nicht jeden einzelnen Kanal, der auf der Welt existiert, da reinmachen, das wäre schon mal wirklich so das Erste, bevor ich irgendwas machen würde, da halt mal Gedanken zu machen, ja, so, mit dem Stand, Geheimhaltung und der Standort, dann ist noch, auch noch sehr wichtig, das habe ich ja schon ein bisschen jetzt angeschnitten, ist der Standpunkt, oder der Standort halt, ja, der Standpunkt, also, ist das jetzt, wo ihr seid, ist das realistisch gesehen zu verteidigen, ja, denn, ich habe das schon mal irgendwann gesagt, und das haben auch andere Leute schon gesagt, ihr könnt ja hingehen, habt einen ganzen Atombunker mit allem, oder was auch immer da drin, und dann kommt einer mit einer Waffe, und der hat vielleicht schon nur eine Kugel drin, und dann sagt der, gib mir alles, was du hast, und wenn ihr dann das, was ihr habt, nicht verteidigen könnt, dann gehört ihm das jetzt alles, ne, also, das ist auch so ein Ding, da denken vielleicht auch manche nicht dran, ne, also, weil das bringt ja nichts, dann habt ihr ja das Geld umsonst ausgegeben, dann hat der ja alles, und, ihr wollt ja nicht, dass ihr was habt, hat der euch da bedroht, äh, ihr könnt ja das Essen vergiften, ne, macht es nicht, äh, so, ich finde, das ist schon mal so ein bisschen die Grundlage, ne, wo man, was wird hier geschrieben, Kais Frittenhaus, Bikini, Atoll, oder Weihnachtsinseln, äh, die sind noch so radioaktiv verstrahlt, da geht ja niemand auf den Sack, und es ist warm, selbst Länder mit einer schlechten Infrastruktur hatten Versorgungskrisen gut hinbekommen, dass wir welche bekommen, beziehungsweise große ist eher unwahrscheinlich, oder welche stellen wir rum, ja, oder wir gehen halt vom falschen anderen aus, ne, und es ist doch nicht so, wie du schreibst, hoffen wir, dass es so ist, ich hoffe ja wirklich, das wäre geil, wenn es so ist, ne, so, so, USA, Mexiko, Thailand, Vietnam, gibt es einige Länder, wo 2G-Schwassel nicht gibt, dafür gibt es halt andere Probleme, das ist übrigens auch ganz wichtig, ne, also es könnte sein, dass da manche Sachen besser sind, irgendwo im Ausland, aber dann habt ihr wieder ganz andere Probleme, ne, also generell auch, wer jetzt über das Auswandern nachdenkt, klar, vielleicht habt ihr irgendwo Verwandtschaft in den USA oder so, ja, äh, ihr könnt dann da irgendwie dran anknüpfen, das ist schon mal eine andere Geschichte, ne, generell würde ich sagen, auch da Amerika, vielleicht auch irgendwo, wo vielleicht viele Deutsche sind, also ehemalige deutsche Einwanderer, zum Beispiel jetzt Texas, Nebraska oder was auch immer, ja, äh, also da seid ihr jetzt nicht so fremd, es ist auch in Amerika nicht so fremd, ist es so schlimm, wenn ihr die Sprache nicht zu hundertprozentig, also jetzt völlig dialektfrei beherrscht, das ist, das ist ja nicht so dramatisch, es gibt Länder, äh, Franzosen zum Beispiel, ja, die tun ja da teilweise so, als würden sie ja nicht verstehen, ne, wenn man dann, aber wie gesagt, Amerika ist ja in der Regel nicht so krass, äh, so, dann, also, klar, aber selbst wenn es mal irgendwo temporär besser ist, das kann sich ja wieder ändern, und das kann ein riesen Nachteil sein, irgendwo zu sein, wo man keinen kennt, klar, wenn ihr da natürlich die ganze Verwandtschaft habt, oder wart doch vielleicht schon öfter mal da, oder so, dann ist das ein anderes Ding, aber jetzt irgendwo hin, und vor allem auch Länder, wo ihr vielleicht als Fremder zu erkennen seid, weil ihr vielleicht eine andere Hautfarbe habt, oder so, ne, oder anders sprecht, das kann scheiße sein, ne, also das würde ich mir ganz gut überlegen, für, für den einen oder anderen, äh, mag das sinnvoll sein, ja, aber ich würde da schon, dann seid ihr vielleicht in der Falle, und wenn ihr weg geht ins Ausland, vielleicht sogar weit weg, dann müsst ihr auch damit rechnen, lange Zeit nicht mehr zurück zu können, oder vielleicht gar nicht mehr, je nachdem, was passiert, das sind halt erst so Punkte, ne, also, da, kann das möglicherweise auch vorteilhaft sein, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr Leute kennt, und wo ihr euch auch auskennt, nur mal angenommen, es wäre irgendwas, ihr müsstet sofort weg, und einfach in den Wald, oder was, damit euch gewisse Leute nicht erwischen, weil die jetzt da irgendwie, ne, ja, an euch ran wollen, nur mal angenommen, irgendein Szenario, dann wäre es doch nicht schlecht, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr euch auskennt, wenn ihr gar nicht wisst, was da ist, ist ja schlecht, ne, das wird ja geschrieben, in den USA gibt es leider kein Harz, kommt jetzt nicht sogar Harz 5, oder sowas, oder irgendein Bürgergeld, oder ich habe mir irgendwas gehört, lass, gab es eigentlich auch Harz 3, Harz 2 und Harz 1, ich weiß das gar nicht, lass uns spielen, und quatschen, ich wusste schon immer, dass du eine Feiermark hast, ja, das ist ja jetzt nichts Neues, die Thailänder hatten einen 100% Lockdown, und da dürfte keiner raus und keiner rein, die Wahrheit, USA, mal viel größer als Deutschland, jeder Bundesstaat ist anders, ja, ich glaube übrigens, Texas hat ungefähr die Größe von Deutschland, oder? Dürfte ungefähr hinfahren, plus minus, ne, und deswegen ist da doch vielleicht gar nichts verkehrt, falls ihr euch da gar nicht mit befasst habt, mit den Sachen, oder da gar nichts gemacht habt, oder gar keinen drauf angesprochen habt, das kann wirklich auch jetzt gut sein, weil man da auch vielleicht gewisse Fehler machen kann, so, und wenn ihr jetzt einen Standort habt, wo ihr sagen könnt, okay, da kann man sich vielleicht mal was beiseite legen, oder so, was, Texas ist sogar noch größer als Deutschland, ja, ja, kann sein, so, und dann, wie gesagt, überlegen, wo überhaupt, klar, wenn ihr in der Stadt wohnt, oder so, könnt ihr ein paar Kleinigkeiten schon daheim haben, ne, aber, oder so wie ganz normal, dass man halt was hat, ne, ich hatte ja hier teilweise echt nur eine Flasche Ketchup, mal im Kühlschrank stehen, oder so, ich hatte, ich hatte so Zeiten, da habe ich fast gar nichts gehabt, da habe ich immer nur bestellt, meistens, ne, das, vor allem sogar free for all time, ne, wo ich dann einfach, äh, mir dann irgendwie eine Pizza geholt habe, und die anderen habe dann, habe dann die anderen labern lassen, ne, ich weiß noch, wo ich dann mit Kurt dann Stress hatte, und so, und wo ich dann ausgeflippt bin, da war ich auch gerade eine Pizza am Essen, ich glaube, das hat man sogar gehört, äh, ist es überhaupt gut, in die USA auszuwandern, meinst du nicht, dass wenn etwas passiert, dass in den USA passiert, zudem ist das Land, großes Feindbild, und die weißen, ich sage ja nicht, dass, äh, das war doch nur ein Beispiel, ja, ich würde jetzt auch eher nicht dahin, aber ich würde noch eher dahin gehen, als jetzt irgendwo, wo man, völlig als Fremder zu erkennen ist, ihr seid ja nicht als Fremder zu erkennen in Amerika, ja, aber woanders halt schon, je nachdem, wie er aussieht, ich ziehe mich nach Albanien zurück, dort gibt es jede Menge Bunker, die sich im Ernstfall hervorragend verteidigen lassen, ja, vielleicht ist das echt eine Idee, Fastfood macht wohl dumm, free for all you can eat, ne, äh, ne, ich sage es jetzt nicht, ich sage es jetzt nicht, könnt ihr euch denken, so, äh, ja, würde ich sagen, das ist schon mal so, das ist schon mal so der Anfang, ne, und was auch nicht verkehrt ist, das heißt doch, legt deine Eier nicht, legt nicht alle Eier in einen Korb, ja, also das vielleicht, vielleicht könnt ihr ja im Wald eine Kiste verbuddeln, wo was drin ist, oder ihr habt das in eurer Zweitwohnung, oder ihr habt noch irgendeine Garage, was auch immer, aber da solltet ihr schon gucken, dass es trocken ist, ne, wenn das irgendwie feucht ist, ist es blöd, es sei denn, ihr habt das in entsprechenden Behältern drin, wo dann nichts macht, ja, aber sowieso jetzt Umzugskisten und Kartons sind natürlich scheiße, ne, äh, oder wenn ihr dann da irgendwas stehen habt, also da würd ich aufpassen, ja, äh, es kommt darauf an, wo man USA auswandert, Daten meidet, die demokratischen Staaten, ja, das, vielleicht gar nicht so unrecht, wie lange streamst du, das weiß ich, ne, acht Stunden, ich hab keine Ahnung, wie lange es geht, ja, äh, möglichst nicht nach Mexiko aus, wenn, zum Gas-Spring, äh, im Drogen-Kartell, äh, ja, wenn dann der Agent-Trader kommt, ne, dann ist Schluss mit lustig, äh, also die DEA, die ist ziemlich gefürchtet, ne, also, äh, ja, so, okay, das sind so ein paar grundlegende Überlegungen, die man sich halt machen kann, ne, so, jetzt seid ihr aber vielleicht hier, was ihr da vorhin geschrieben habt, Hartz 5, Hartz 4, was auch immer, ja, äh, dann denkt ihr vielleicht, scheiße, ich hab doch gar keine Kohle, ne, ja, dann kann es echt schwierig werden, ne, dann würde ich gucken, also, wenn ich jetzt gar keine Kohle hätte, ne, ich hätte jetzt gar nichts, und ich hätte jetzt irgendwo einen Ort, wo man vielleicht was hinstellen könnte, äh, wo jetzt vielleicht nicht direkt geplündert wird, oder so, ja, äh, dann, oder von mir aus, auf dem Land oder so, oder wo, dann vielleicht wirklich was in den Keller stellen kann, oder so, ja, äh, dann, wenn ich jetzt wirklich gar kein Geld hätte, dann würde ich, oder kaum Geld, dann würde ich einfach hingehen, und, äh, so billig Mineralwasser würde ich mir kaufen, vorzugsweise in Flaschen, weil hier mit PET-Flaschen, also in Glasflaschen halt, PET-Flaschen, das ist halt irgendwann, da kann man irgendwann nicht mehr saufen, also, ich hatte hier mal so ein Sixpack rumstehen, und dann, hab ich halt eine Zeit lang nicht getrunken, oder so, und dann hab ich mir da mal wieder eine Flasche, und das schmeckt scheiße, und außerdem, man sagt auch, dass da so Plastikpartikel drum rumstehen, klar, wenn nichts mehr zu saufen da ist, dann sauft man halt eben auch Plastikpartikel, aber, es ist geschmacklich jetzt nicht so, dass, äh, der Hochgenuss, sag ich jetzt mal so, ja, also, wie gesagt, hier am besten, irgendein billiges Mineralwasser, von mir so ein teures, egal, Hauptsache, ihr habt da was, und am besten, wie gesagt, Glasflaschen, so, die könnt ihr auch mal längere Zeit irgendwo hinstellen, ähm, entsprechend lagern halt, so, dann hättet ihr zumindest schon mal, Wasser, so, ihr könnt euch ja ein bisschen an der Maslow'schen Bedürfningspyramide orientieren, von mir aus, ja, so was Prioritäten angeht, aber, äh, äh, so, 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 Skills, Bildung und Erfahrung sind meist das besser angelegte Kapital, ja, auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, was du da schreibst, ja, ganz wichtiger Punkt, sehr gut, das hätte ich jetzt nämlich auch vergessen zu sagen wahrscheinlich, ne, also behalte das mal noch im Hinterkopf, äh, Hinterkopf, äh, Datenkralle, guck mal, das soll man nachher vielleicht noch ansprechen, so, aber wir gucken jetzt einfach mal so vielleicht so ein bisschen Schritt für Schritt, dass man nicht so die ganze Zeit hin und her springen, wobei das Thema natürlich unglaublich komplex ist, also in Indien würde ich jetzt auch nicht auswandern, ja, ich auch nicht, äh, aber vielleicht eher noch als nach China, äh, so, wo sind wir denn jetzt, wo sind wir denn jetzt, so, genau, wir haben uns jetzt überlegt, wo kann man überhaupt was hinstellen, wenn man nix hat, also wie gesagt, erst mal Wasser organisieren, dann, und dann vielleicht Reis, billig Reis, ja, Ankel Benz würde ich sowieso nicht mehr kaufen, weil ich boykottiere das, weil der, der Ankel Ben nicht mehr drauf ist, ja, und warum ist er nicht mehr drauf, weil er schwarz ist? Ganz einfach. Und ganz ehrlich, äh, vielleicht auch nicht deswegen, weil er schwarz ist, aber, aber wie gesagt, ich, äh, boykottiere das. Ich hab wirklich früher gerne Ankel Benz Reis gekauft, also ich fand den wirklich, wie sagt man in der Werbung, keine Ahnung, sehr bekömmlich, äh, nee, aber ich fand den super, aber, mach ich jetzt nicht mehr. Äh, die können sich jetzt mal alle gegenseitig in den Arsch ficken, ja, äh, keinen Bock mehr. Ja, wer sind hier eigentlich die Rassisten? Hm? Wer? Diejenigen, die den da drauf gemacht haben, oder diejenigen, die sagt dann, und er muss weg. Ah, kann man ja mal überlegen. Aber, ey, dann kauft euch halt billig Reis. Ist doch vollkommen egal. Guckt da aber auch, es gibt verschiedene Sorten, irgendwas, was man auch wirklich lange lagern kann. Und Reis kann man eigentlich sehr, sehr lange lagern. Müssen halt nur gucken, dass es auch trocken ist, ne? So, dann, also ich würde sagen, Reis ist wirklich auf Platz 1, weil das günstig ist, dann könnt ihr euch so Beutel holen, also, da sind also vier Beutel drin, ja. Wenn bald alle weggeimpft sind, haben sich die Probleme für die Verbliebenen erledigt, mehr Platz, mehr Essen, genug Strom, und das Rentensystem, ach, dieser Mangel wird doch künstlich erzeugt, wenn er mich fragt. Das Rentensystem funktioniert auch wieder. Ankel Bens Reis war immer weiß, der schwarze Mann war eine Mangelpackung. Du weißt schon, dass es dieser Ben ist, der diesen Reis entwickelt hat. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gab es den noch gar nicht, ne, den Typ. Jedenfalls hat mich das einfach abgefuckt. Was schreibt AF Rules, Reis muss kochen, da brauchst du so einen Gaskocher mit ordentlich Gaskartuschen, die sind aber schon teuer geworden. Die Wahrheit schreibt, also, viele, die sich geimpft haben, sehen schon aus wie die Zombie aus Walking Dead. Es ist ganz unterschiedlich. Manche sagen, den ist nicht gut bekommen, andere sagen, den haben gar nichts bemerkt. Vielleicht waren die aber auch in der Kontrollgruppe mit Kochsatzlösung oder so, weiß man ja nicht. So. Ganz schön, wird ganz schön viel geschrieben hier. Man könnte durch die kommende Legalisierung Geld für den Widerstand erwirtschaften und dann eine schöne Endzeit-Villa im Urwald bauen und sich von einer selbst gegründeten Sekte bedienen lassen. Wasserfilter ganz wichtig. Ja, da kommen wir noch dazu, ja. So, also, wir haben jetzt gesagt, Reis kriegt man günstig. Ja, natürlich ist das viel geiler, wenn ihr den Reis kocht, ne? Aber, soweit ich weiß, kann man auch Reis einfach in Wasser einlegen. Und dann quält das halt auf. und das kann man auch so essen. Ist jetzt nicht unbedingt dann so geil. Aber, man kann ganz gut überleben damit. Und man kann auch Reis viel machen, ne? Wenn man entsprechende Soßen hat, kann man viel Abwechslung reinbringen mit Gewürzen, dann kann man ja auch hier vielleicht Milchreis machen oder irgend sowas in der Richtung, ne? Könnt ihr auch Zucker drauf machen. Also Reis ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Ja, deswegen wäre das für mich, wenn ich eh absolut völlig blank wäre oder so, ja, dann würde ich echt das machen. Und sei es nur, dass ihr da ein bisschen was habt. In so, Dritte Weltländer sind die Regierung instabil. Da kann auch ganz schnell ein Corona-Regime kommen. Thunfisch aus der Dose in Sonnenblumenöl nicht, die im eigenen Saft. Warum mit Sonnenblumenöl? Schreibt das bitte mal. Mit Ketchup auch wieder so ein Megatipp. So. Ihr kommt da nicht drauf an, ob ihr euch vegan ernährt oder wie auch immer oder vegetarisch oder was auch immer, ne? Also, es ist schon wichtig, dass ihr auch dann was habt, was nicht jetzt total scheiße schmeckt. Also, besser noch irgendwas, was scheiße schmeckt als gar nichts. Aber vorzugsweise natürlich, weil das zieht ja auch die Stimmung dann runter, ne? Die Stimmung ist ja eh schon scheiße. Mit der Community Gewerbe anmelden und hat Zugriff besonders eine Not auf Großbestellungen. So kann man sich einiges einlagern, was länger halt bei der A. Das sind hier wirklich schon ein paar gute Ideen, die gerade kommen. Reis mit einem frisch erlegten Wildschwein schmeckt lecker. Ja. Also, klar, wenn ihr ein paar Leute habt, könnt ihr euch zusammenschließen oder wie auch immer da oder Gewerbe. Hier steht es auch mit der Community. Kann alles eine Überlegung wert sein, ne? Oder Hans Klotz ist auch da. Wer Wildschwein hat, braucht keinen Reis. So. Ja, oder ihr fangt euch ja einen Wildschwein. So. Senf wäre aber geil. wegen dem Gehalt mehr Energiezufuhr als die mit Saft. Ah, okay. Okay. Ist es eigentlich auch rassistisch, wenn Lego Steine schwarz sind? Ja, nee, es wäre rassistisch, wenn es keine schwarzen Steine gibt. Es ist wahrscheinlich rassistisch, dass es weiße gibt. Aber gibt es weiße Lego Steine? Ja, klar. Man kann über die Impfung denken, was man will, aber wer glaubt, Corona ist erfunden, es rückt. Ja, wenn du das im Labor überprüfen kannst, ich sage ja nicht, dass es das nicht gibt. Ich sage ja nur, dass ich nicht die Mittel habe, um das im Detail zu ergründen. Und das ist auch immer eine Definitionsfrage. Was bedeutet das Wort? Oder was? Man kann, Definitionen können sich auch ändern. Also, es ist ja nicht so, dass vorher nicht auch schon die Rede von Coronaviren war. Jetzt, vielleicht jetzt nicht von diesem hier. Aber von anderen halt. Also, klar, da müsste man jetzt, aber könnte man jetzt einen Fass aufmachen. Also, da habe ich aber auch schon in anderen Sendungen darüber gesprochen. Jetzt hier, wie gesagt, also reist sehr vielseitig. Ich finde, was hat auch noch geht, was bei schlimmster Pandemie aller Zeit, wir Politiker, ja, wer weiß. Vielleicht sind sie das ja demnächst. So, dann, was kann man noch machen? Nudeln natürlich, ja, je nachdem, welche das sind, kann man die auch so essen, aber schon ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht die Zähne kaputt macht. Lego und Playmobil ist nicht der National, hat mir so ein Fachmann erzählt. Also, wie gesagt, Nudeln ist auch relativ günstig meistens, wird natürlich jetzt alles immer teurer, klar, kann man aber auch machen, halten sich normalerweise auch ziemlich lang, ja, wenn die richtig gelagert sind. Oder Zwieback geht auch, wenn ihr also keine Cola habt. Brot ist natürlich immer so eine Sache, tält sich nicht so lange, außer jetzt vielleicht Dosenbrot. Genau, ihr könnt euch Dosenbrot holen, aber das kostet wieder Geld, ja. Also, das ist, ich rede ja jetzt hier wirklich von Sachen, die, wo man sich auch vielleicht mit einem kleinen Geldbrot kaufen kann, ne. So, dann, dann hätte man das zumindest schon mal, dann hätte man was zu fressen und was zu saufen. Aber übrigens saufen, dann können wir später auch noch drauf kommen. Obwohl sich Covid-19 hauptsächlich über Mund und Nase breitet, sind Wissenschaftler jetzt im Schluss gekommen, dass die größte Gefahr von Arschlechern rausgeht. Die Loser kompensieren mit Dislugs ihren Frust auf deine Augenöffner Wahrheit. Augenöffner Wahrheit. Ja, komm, jetzt übertrabt man hier nicht. Das müssen, ja, das ist, ja, weiß ja auch jeder, ne. Das sind ja jetzt hier keine weltbewegenden Sachen. Das müssen ja richtig arme Wüstchen sein. Brot kannst ein halbes Jahr einfrieren. Stimmt. Stimmt. Einfrieren könnte auch einiges. Und wenn ihr eine richtig gute Kühltruhe habt, dann, also, solange ihr die nicht aufmacht, wird halt auch noch eine Zeit lang kalt bleiben da drin, ne. Stimmt, das ist auch noch so ein Ding, ne. Also, aber ich bin jetzt mal von Sachen ausgegangen, falls ihr einfach gar nichts habt, ja. So. Wie gesagt, keine Kohle, aber das könnte man machen. So. Das wäre doch schon mal was. Dann hätten wir schon mal Essen und trinken, ne. jetzt auch, guckt auch mal ein bisschen, dass ihr noch ein paar andere Sachen kriegt, Vitamine, Nährstoffe und so, ja. Ihr könnt euch ja auch, ne. Da können wir ja nachher noch ausführlicher drauf eingehen, was es sonst noch als zu essen gibt. Natürlich Konserven, ja. Da auch, oder auch so Einmachgläser, so, äh, Peperoni zum Beispiel, wenn ihr da Bock drauf habt. Da könnt ihr auch schön auch Abwechslung ein bisschen reinbringen ins Essen, dass da ein bisschen schärfer ist und so, ja. Äh, aber wie gesagt, auch Gewürze kaufen, Tabasco und sowas. Äh, und so ein Gram. Salz, Salz ist saubillig. Also gut, das, was am billigsten ist, ist halt mit Jod, da müsst ihr überlegen, ob ihr das haben wollt, aber, äh, auch im Zweifel besser Jodsalz als gar keins, würde ich sagen, wenn man es braucht. Äh, Sonnenklumkerne, Nüsse aller Art, als Energie, ja, sehr energiereich, sehr gute Ideen. Baut euch einen Erdkeller, äh, man kann das auch so machen wie der John Wick, dass man das irgendwie dann so, wo man dann später mit einem Vorschlaghammer das wieder alles rausholen muss. Äh, man sollte auch auf Abwechslung achten, was Nahrungsmittel betrifft, Monotonie, spektischer Flankezeit, sehr gute Daten gerade, genau. Wenn es für einen Großteil der Menschen zu Nahrungsgleichheiten kommen würde, gäbe es doch eh ein Militärregime, um halbwegs zu verteilen und so weiter. Ja, wenn du dich darauf verlassen willst, wird ja wohl eher nicht darauf hinauslaufen, dass ein Großteil der Menschheit verhungert und ein paar Prepper im Wald überleben. Ich weiß nicht noch, was es hier hinauslaufen wird. Saatgut wäre nicht schlecht. Ah, auch noch so ein Punkt, ja. Äh, das kommt aber wieder darauf an, wo ihr seid. Ne, vielleicht seid ihr ja irgendwo, wo ihr wirklich was im Garten machen könnt, aber dann auch dran denken, dass andere Leute das dann vielleicht auch haben wollen, ne. Also, man kann sich aber auch kleinere Sachen vielleicht auch daheim züchten. Ne, also jetzt nicht nur hier, äh, Cannabis oder so. Äh, ihr tut so, als ob bald die Apokalypse ausbricht. Ja, das ist natürlich die Frage, weil du und der Apokalypse verstehst, ne. Also, die Apokalypse ist halt die Entschleierung, ne. Oder die, ja, wo sich halt die Wahrheit so ein bisschen, also wo das jetzt halt ans Licht kommt, ne. Und da könnte man vielleicht schon sagen, dass wir da drin sind, ne. Also, vielleicht in der größten Apokalypse ever. Möglich wäre es. Aber jetzt hier, wenn du damit jetzt Weltuntergang meinst, was ja die meisten Umgangsprache damit meinen, dann wissen wir doch alles nicht. Vielleicht haben wir auch nicht mehr lange. Vielleicht ist hier bald alles vorbei. Ich, ich, ich hab null Ahnung. Ja. Also, ein weiterer Grund, mit Leuten Frieden zu schließen oder da irgendwie ins Gespräch zu kommen. Wer in einer Großstadt wohnt, hat eh verkackt, wenn es wirklich scheppert, ja, es ist, klar, kannst du auch in der Großstadt überleben, aber könnte heikel sein, ne. Und ist ja natürlich auch die Frage, seid ihr nur alleine oder habt ihr vielleicht noch Familie oder so, Kinder und das, das ist noch ein anderes Ding. Gerade da, da würde ich mir noch viel mehr Gedanken machen dann. Also, ja, und es gibt auch einen Unterschied zwischen, wenn man es mal ganz streng nimmt, Vorkehrungen zu treffen und Vorsorge. Ja, also, wenn man es mal ganz genau nimmt, Vorsorge, ich mach mir Sorgen, bla bla, ne, aber wenn ihr entsprechende Vorkehrungen trifft, dann trefft, dann müsst ihr euch da vielleicht auch nicht mehr so viele Gedanken machen, jedenfalls weniger als vorher. Äh, aber ich will jetzt hier keine Haarspalterei betreiben. Manche Leute wollen unbedingt die Welt brennend sehen und glauben deswegen an die Apokalypse. Ja, es kann auch Endzeit-Sekten geben, die auch gewisse Bücher als Drehbuch benutzen, ne, ganz klar. Und dann denken, das muss so sein, damit der Messias kommt. Also, es gibt bestimmt solche Leute. Man muss halt immer aber denken, dass da ein riesiges System mit WAM, Polizeikonzernen und so weiter existiert, dass da noch viel, viel mehr Macht hätte, als sie jetzt in der angeblichen Pandemie, wenn ich genug Wasser und Nahrungsmittel, also mit der angeblichen Pandemie, hat er jetzt da geschrieben, ne, das ist jetzt nicht wirklich meine Meinung, wenn ich genug Wasser und Nahrungsmittel, gebunkert habe, muss, es kommt auch immer darauf an, wie man Pandemie definiert, das Wort, gebunkert habe, muss ich ja an meine Nachkommen denken, wie viel Weibchen sollte man sich denn halten? Das kommt darauf an, also, kommt darauf an, wie viel Abwechslung da jetzt brauchst, ne, also vielleicht eine Blonde und eine mit dicken Hupen oder vielleicht noch eine dunkler Haarige oder, man muss halt gucken, also, je nachdem. aber denk dran, die fressen ja auch dann wieder das Essen weg, also, vielleicht muss man halt so gucken, ne, dass du halt geile Weiber hast, aber, aber das hat, ne, nicht hier, also, dass das halt auch ökonomisch noch ist, ne, also, lieber auch dann eine, die schlank ist und so, die verbraucht nicht so viel. vermutlich könnte man da keinen Schritt mehr gehen, ohne dass man in den Radios, Leute, nicht mal als Ernst nehmen, was ich hier sage, ne, Überwachungsdrohne kommt, noch dazu, digitales Geld, ID-Card, so weiter, äh, was machst du, wenn die allgemeine Impfpflicht kommt, äh, die kommt nicht, ich behaupte, dass sie nicht kommt, äh, kann trotzdem kommen, das weiß ich nicht, aber, äh, ich gehe davon aus, dass gewisse Sachen so gar nicht mehr zur Anwendung kommen, ne, wie jeder vielleicht denkt, äh, äh, ich glaube, wir werden es sehen, ich glaube, zum Ficken wirst dann nicht viel Zeit haben, Albo, ja, oder, äh, ihr könnt euch auch einzeln, ergegensetzen, arschficken, ne, Digge Hupen ist schon mal, äh, ein Kriterium, ja gut, wenn da vielleicht jetzt eine ist, wo auch ein bisschen was dran ist, dann könnt ihr die ja essen, notfalls, ne, Quatsch, ne, wir machen mal weiter hier, so, äh, ich bringe das immer wieder alles raus, so, das wäre jetzt ja schon mal was, was man ja relativ zeitnah machen könnte, ne, also sich jetzt hier ein paar Sachen da kaufen, ne, so, aber auch wirklich auch gucken, wie gesagt, Konserven können auch manchmal teuer sein, Reis kostet nicht ganz so viel, ne, äh, ihr könnt auch gucken, vielleicht auch Vitamintabletten oder irgendwas, wo was drin ist, wo jetzt aber nicht der letzte Dreck ist, ja, vielleicht auch Algen oder so, sind auch teilweise gesund, hab ich mal gehört, äh, sich junge Männer zu halten, wäre viel besser, die können zur Not auch arbeiten, kämpfen, und der hat ja zupackt, ne, aber ich hab dann trotzdem hier ein paar Weiber, ehrlich gesagt, vielleicht aber dann doch nur eine, weil sonst hoffen die sich gegenseitig, das ist ja dann auch zig ein Terror, ne, 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 die richtig geil aussieht, das reicht schon, äh, so, und die vielleicht auch nicht so nervt, genau, hier Honig schreibt doch jemand halt ewig, ja, äh, wie gesagt, da kann man sich natürlich mal Gedanken machen, da gibt's ja genügend Kanäle, wo ihr da mal gucken könnt, ne, hier so nahrungsmäßig, äh, was ihr euch da halt holen könnt, ne, so, dann ist halt noch, was, irgendwelche Männer werden wohl kaum für lauter Tastner, äh, so, dann, wie gesagt, jetzt hier mit Wasser, also ihr habt dann was zu trinken da, aber, äh, ist ja irgendwann mal leer, ne, also ihr könnt dann zum Beispiel hingehen, und wenn dann halt der Strom ausfällt oder so, ich bin, irgendwann gehen die auch die Wasserpumpen dann nicht mehr an das, aber am Anfang vielleicht eben schon, und dann könnt ihr ja vielleicht noch so Eimer voll machen, oder leere Pfandflaschen, oder was auch immer, halt Badewanne, da könnt ihr euch auch so, so wie so ein Sack oder sowas, so ein Wassersack, oder mehrere auch holen, ne, dass da halt dann was drin ist, ja, also, versteht ihr, dass überhaupt was da ist, ihr könnt das auch haltbar machen, das Wasser, da gibt's auch Silber, Judit, oder wie das heißt, äh, oder auch, Wasser, wo ihr jetzt denkt, scheiße, das ist vielleicht nicht so ganz sauber, da könnt ihr hier dieses, äh, wie heißt denn das, ihr wisst, was ich meine, ne, diese Chlor-Tabletten, da könnt ihr auch reinmachen, aber das schmeckt dann auch nicht so besonders, und ich hab auch gehört, das soll nicht so gesund sein auf Dauer, ne, äh, bei Wasser ist es auch so, dass, ihr könnt euch schon ein paar Kaffeefilter holen, ne, so ein paar ganz billiger von mir aus, ja, oder Milita, auch egal, ja, äh, 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 dass ihr Wasser da mal grob filtern könnt, ne, und dann vielleicht noch so ein Wasserfilter, was es ja auch noch gibt, ne, und, oder dann vielleicht abkochen, ne, wenn das irgendwie geht, dass man das auch so saufen kann, dass man nicht jetzt da immer die Tabletten reinmachen muss, so, nur mal so jetzt wassertechnisch, und dann könnt ihr auch vielleicht unterscheiden, ne, also zwischen Trinkwasser und Brauchwasser, oder wie, wie nennt man das, ja, zum Benutzen halt, und dann, je nachdem, was da passiert, wäre ich da halt sehr, sehr sparsam, was das angeht, also, das, Möglichkeiten suchen, Regenaufzwang, ja, zum Beispiel, ja, man muss es ja nicht unbedingt saufen, äh, das Outdoor-Wasserfilter, ah, übrigens, ne, diese Wasserfilter, müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr die warm haltet, je nachdem, was das für Wasserfilter ist, äh, weil sonst geht der irgendwann nicht mehr richtig, also da, wenn er draußen rumlauft, dann gleich im Winter mit dem Rucksack, er muss flüchten, dann guckt er, dass er den irgendwie unter die Jacke macht, ne, und nicht hinten im Rucksack drin, weil sonst ist er nachher im Arsch, wissen, welche Pflanzen, Pilze, Früchte, etc., im Wald wachsen, Brennnessel, deckeln, zum Beispiel einen großen Vitaminbereich ein, und NMMS zu haben, ist auch wichtig, was, wie lag ihr Plaster, nicht auf Glock, zuweilen schon, Joe, kann Joe, ho, was, könnte man nicht verbrannte Holzkohle als Wasserfilter nutzen, na, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht, vielleicht geht das sogar, ihr könnt da vielleicht Steine oder sowas benutzen, oder Sand, also ich bin da aber nicht so drin in dem Thema, müsste doch fast so gut wie Aktivkohle funktionieren, hast dich doch bei Sister für den Bildverkauf, guter Tipp, vergisst den, was, ich mache jetzt mal hier ein bisschen weiter, so, äh, so, und dann, wie gesagt, halt gucken, mit dem Wasser, sparsam umgehen natürlich, äh, dass ihr dann da, braucht ihr nicht, also für Hygiene ist natürlich auch nicht schlecht, ihr könnt euch da auch, gerade nochmal hier, was Wasser angeht, da könnt ihr euch auch so einen Sack, und dann ist da wie so eine Brause dran, also, so eine Dusche oder so, könnt ihr auch was machen, ne, äh, dass ihr auch auf so halt nicht verzichten müsst, oder auch so, so, Erfrischungstücher oder was es da gibt, oder so, so Feuchttücher, ja, oder auch zum Beispiel, ihr könnt euch so, so ganz billige Handschuhe kaufen, nur nicht mal aus Latex, sondern so wie an der Tankstelle, so Dieselhandschuhe oder so, ja, da, notfalls je nachdem, wenn Wasser extrem knapp ist oder so, oder andere Sachen knapp sind, dann könnt ihr das zum Beispiel für den Toilettengang benutzen und dann wegschmeißen oder so, ja, dass ihr euch dann die Hände nicht zu waschen braucht, versteht ihr, was ich meine, da kann man ja ein bisschen kreativ sein, und übrigens, ne, wenn ihr euch noch Sachen holen wollt oder was, ihr wisst ja hier Black Friday Woche und so, es gibt immer noch Sachen günstig, so, äh, also, klar, natürlich jetzt hier an Trinken und Essen denken, ne, was auch ganz wichtig ist, und jetzt natürlich im Winter, ist natürlich, äh, und bitte mal, schreibt nicht immer hier so viel Mühe im Chat, sondern versucht mal hier ein bisschen was zum Thema beizudragen, das ist ja echt cool, ja, ob ihr mich jetzt leiden könnt oder nicht, aber vielleicht bringt es ja dem einen oder anderen was, die Sendung, ja, also, das ist natürlich nur, um Leute mal anzuregen, ist jetzt nicht irgendwie, um eine detaillierte Anleitung zu bringen, ja, die, das könnte ich auch gar nicht, also, einfach nur mal so, ah, dass die Leute dann denken, ah, da habe ich mir nicht dran gedacht, ne, wie ich auch in der Ankündigung gesagt habe, was, deine Zeichnung schwiegelt ich halt, sister, bla, 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 Leute, ich werde ja jetzt nicht immer auf alles eingehen, ne, wenn es um sowas geht, um euren Kram da, so, dann kannst du natürlich kalt werden und da würde ich jetzt echt gucken, vielleicht kriegt der noch günstig einen, einen vernünftigen Schlafsack, ja, natürlich auch dicke Decken und so ist toll, aber ein Schlafsack ist nochmal was anderes und da gibt es welche, da könnt ihr locker mal bis fast minus 30 Grad oder so, äh, und da könnt ihr auch mal wirklich, dass es kalt wird, irgendwann ist es dann auch nicht mehr so angenehm, ja, aber dass ihr halt nicht hier gleich erfriert, ne, also, wie gesagt, Schlafsack, könnt ihr mal gucken, da würde ich mir echt einen vernünftigen holen, klar, wenn ihr gar keine Kohle habt oder so, vielleicht kriegt ihr auch irgendwas günstiges, äh, aber ein Schlafsack wäre schon ganz cool und da natürlich einen Winterschlafsack am besten, ne, so, äh, dann, ihr könnt ja auch immer gucken, ob ihr irgendwie gebraucht was findet oder so, ja, also ihr müsst ja da nicht so mega viel Geld ausgeben, äh, und ihr kauft halt ja auch nicht das, damit was passiert, sondern nur falls was ist und hoffentlich braucht ihr es nie und das Essen, was ihr euch gekauft habt, das könnt ihr ja dann auch einfach so essen, ne, dass ihr dann immer hingeht und die, äh, Sachen, die am ältesten sind, zuerst aufbrauchen, ist ja klar, ne, so, natürliche Wasserquellen in der Nähe schlau machen, ja, genau, ihr könnt auch mal in der Gegend umgucken, was ist da, ne, wo kann man da hin, da werdet ihr wahrscheinlich nicht die einzigen sein, die da hingehen, ne, kriegt man da vielleicht Pilze oder Pflanzen oder was ist da überhaupt, wo könnt ihr euch verstecken im Wald oder wo könnt ihr da Sachen verstecken oder was auch immer, könnt ihr mal gucken, so, äh, dann, äh, Wärme, so, einfach nur mal jetzt so, was wird da geschrieben, so ein Wasserfilter von Livestraw wäre nicht schlecht, die Dinger filtern bis zu 1000 Liter, 25 Euro, erfüllt seinen Zweck, ja, kenne ich jetzt persönlich nicht, aber kann man sich ja mal angucken, Melatio, komm, wir laden unsere Sister, Portrècio, so, also, Wärme, Schlafsack, was auch vielleicht nicht schlecht wäre, wäre ein Zelt, also jetzt hier, äh, O'Roxan ist auch daheim, äh, ein Zelt, natürlich für draußen, falls ihr mal irgendwo weg müsst, ihr wisst gar nicht mehr wohin, dann nützt euch auch der dicke Schlafsack was, äh, und dass ihr inzwischen unterwegs seid, eine gute Decke oder ein Schlafsack oder so, Hauptsache, ihr habt da irgendwas, dass ihr da nicht ausgehöhlt, ja, äh, oder vielleicht noch so eine Unterlage oder so, äh, ja, wie gesagt, Wärme und ein Zelt, vielleicht müsst ihr da dann natürlich heizen irgendwie, klar, und geht nichts mehr, Heizung oder so, und dann könnt ihr aber auch, äh, wenn gar nicht mehr anders geht und der Raum zu groß ist, könnt ihr auch die Fläche verkleinern, indem ihr irgendwie versucht, vielleicht da was abzuhängen oder so, oder wie auch immer, oder ihr könnt notfalls auch euer Zelt, vielleicht habt ihr einfach nur so ein Überwurfzelt oder so, egal, äh, und gibt's auch günstig, sind öfter mal im Angebot, so, und dann könnt ihr auch in euer Zelt rein, versteht ihr? Und dann ist es da unter dem Stellen auch nochmal warm, ne, also nur mal so jetzt, ohne dass jetzt irgendwie geheizt wurde, nur mal so als, als, äh, wo man halt jetzt drüber nachdenken kann, ja, äh, dann natürlich Wärme, äh, gibt's natürlich ganz verschiedene Sachen, ja, ihr könnt da so ein, so ein Petroleumheizung oder was es da gibt, oder mit, mit Gas oder was, so, könnt ihr aber auch einfach hingehen, also wenn ihr eh keine Kohle habt, könnt ihr ja mal gucken, wo, zum Beispiel so Teelichter im Angebot sind, ich würde vier Stunden Teelichter empfehlen, also nicht die großen unbedingt, es kann auch Anwendungsbereiche geben, wo die großen sinnvoller sind, aber es ist blöd, wenn er doch dann da irgendwie drin ist und kriegt sich nicht mehr raus und könnt sich mal anziehen, oder was, was wird hier geschrieben, Jérôme, der das Kanickelzelt, Schlafsack, Isomatte, kompletter Notfahrrucksack, genau, da können wir auch drauf eingehen, Notfahrrucksack, was man da reinmachen kann, aber da gibt's auch genügend Videos auf YouTube, ne, äh, ja, ist schön, was, na gut, ähm, also wie gesagt, ich würde eher die vier Stunden Teelichter da empfehlen, ja, und auch nicht jetzt hingehen und so Friedhofskerzen da euch in die Bude stellen, ne, weil das ist nicht unbedingt gesund, was da dann in die Luft kommt, die sind ja eigentlich auch nur so gemacht für draußen da, ne, wo es eh keinen stört, so, äh, aber es kann schon sein, dass ihr dann halt Teelichter hinstellt, dann könnt ihr euch zum Beispiel so einen Teelichtofen bauen oder was, oder auch, es gibt noch so andere Sachen, wie man sich behilfsmäßig was bauen kann, ja, wie gesagt, vielleicht werde ich auch noch ein paar Links hier ansetzen, äh, aber jetzt, aber wirklich nur, wenn ich echt Bock habe und da auch Zeit nach was finde und baut nicht drauf, dass ich das mache, notfalls halt selber was suchen. Also wie gesagt, da gibt es halt so Möglichkeiten, was man halt machen kann, äh, auch mit Salatöl teilweise und mit, kann man dann in so einer Pfanne und mit Steinen und dann so, so Toilettenpapier und das anzünden, ja, äh, was, in Deutschland hast du so Not überall, Gebäude in der Nähe und viele Menschen, da brauchst du eher Plane, Wärmedämmung und Möglichkeit, nichts verteilt. Ja, das habe ich ja schon relativ am Anfang gesagt, aber gut, dass du nochmal erwähnst, äh, so, ähm, ist natürlich klar, das steht ganz am Anfang, natürlich Vorkehrungen treffen, wenn ihr überhaupt irgendwas habt, dass ihr das auch behaltet, ja, so, äh, so, wo waren wir denn jetzt? Achso, hier, genau, und dann geht ihr hin und habt ihr vielleicht so ein Teelicht, offen oder was, ne, und heizt dann halt, äh, euren Raum auf. Könnt ihr euch in der Fall auch bestellen irgendwo, die könnt ihr auch selber bauen. Äh, so, und dann passiert irgendwas, da läuft da die Katze rum oder so und dann fällt das runter und dann brennt eure Bude. So, schlecht, ne, da würde ich dran denken, in so einer Situation, ja, oder wo eh Leute im Stress sind, da fällt vielleicht was runter oder so oder der ist im Vorhang, fängt Feuer, ne, Scheiße. So, dann versucht ihr das vielleicht zu löschen. Klappt nicht mehr, ist schon zu viel, Feuer schon zu groß. Dann kommt ihr auf die Idee, ich hatte ja noch einen Feuerlöscher irgendwo, so einen kleinen, der mal im Angebot war, ne, und, äh, ist allerdings leider ein Pulverfeuerlöscher und den benutzt ihr dann und dann ist zwar das Feuer aus, aber ihr könnt nachher alles wegschmeißen, was in der Wohnung ist. Und ihr könnt euch da auch nicht mehr wirklich aufhalten, weil das total reizend ist, auch für die Atemwege. Äh, ist natürlich besser, als wenn jetzt das Haus abgefackelt wäre und vielleicht noch die Häuser in der Umgebung. Klar, besser als nix, aber da fängt es ja schon an. Genau, über sowas können wir mal sprechen, so Szenarien, wo kann das Sinn führen. So. Also, würde ich sagen, holt euch lieber einen, äh, gibt ja ganz verschiedene Feuerlöscher. Hier einen mit, äh, Schaum. Hol dich einen mit Schaum. Da müsst ihr auch nicht dann alles wegschmeißen. Es gibt so gewisse Sachen, da kann man den nicht so gut gebrauchen, also zum Beispiel jetzt ein Gasbrand oder so, aber ganz ehrlich, Leute, welche Gasbrände habt ihr denn, großartig? Äh, wie gesagt, also hier mit Schaum steht ja auch drauf, welche Brandklassen und so, ne? Oder ein CO2-Fäuerlöscher von mir aus. Da habt ihr gar keine Sauerei. Äh, und es gibt auch welche mit Wasser sogar, aber, na gut, ob das immer so viel bringt. Ne, Löschdecke wäre auch nicht schlecht, ne, für die Küche und so. Was? Wenn alle in den Wald gehen, kann schnell Chaos ausbrechen. Ja, die meisten Wälder sind ja schon leer. Wenn man Reh oder Hase zu viel Energie... Ja, haben wir hier überhaupt noch richtige Wälder? Das ist eh so ein Ding, ne? bisschen vielleicht schon noch, aber nicht mehr so viel. Äh, so, ähm, übrigens mit Pilzen oder so, hab ich gehört, dass, selbst wenn man Bücher drüber hat oder so, ist teilweise echt super schwer, dann verwechselt man die doch und muss dann halt verhecken. äh, ähm, dann, wo waren wir denn jetzt? Also, genau, wie gesagt, falls ihr euch die Bude abfackelt, vielleicht ist auch, die Bude vom Nachbarn brennt vielleicht auch, äh, dann wird eure auch vielleicht irgendwann brennen, weil die Feuerwehr nicht kommt, weil die woanders sind oder wie auch immer, äh, können nicht, dann ist es auch nicht schlecht, dann bei dem mal zu löschen und, dass euer Haus auch gerettet ist. Oder auch nur, um dem sein Haus zu retten. Das müssen die jetzt nicht denken, wenn die Leute abfackeln oder Häuser abfackeln. Das ist ja auch dann, ne, zwar schon was zum Angucken, aber muss ja jetzt nicht sein, ne. Also, Teelichterofen sind eher etwas für die Survival-Romantiker zur Not. Packst du einfach Holz und Brennmaterial in eine Tonne, wie die Bettler, oder du hast vernünftige Öfen. Ja, sehr gut. Und übrigens, äh, die Bettler, äh, die hauen euch nicht nur um Geld an, sondern die wissen auch, wie man es macht. Da könnt ihr euch wirklich mal dran orientieren. Wie machen die das denn? Wie überleben die denn im Winter? Ja? Man kann auch mit Pappe viel isolieren, auch mit, mit Wärme oder so, oder dass das, also, ihr könnt viel machen. Klar, und so eine Tonne natürlich dann nicht in der Wohnung, sondern halt hinterm Haus, oder was weiß ich wo. Ja? Also, das sollte klar sein. Vielleicht habt ihr auch einen Holzofen oder so, oder irgendwas anderes. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Wobei ihr ein bisschen aufpassen müsst, weil, wenn die Krise ist, und die Leute sehen, ah, da kommt was auf dem Schornstein, derjenige hat dann wohl was, ne? Da können wir aber auch noch drauf eingehen, äh, dass man da vielleicht ein bisschen eher nicht so offensichtlich irgendwas da raushängen lässt, ne? Wenn das ist. So, also jetzt hier Wärme halt eben, ja, äh, ihr könnt auch andere Sachen machen. Also, klar, wenn noch Strom da wäre, hier Heizlüfter, die verbrauchen aber leider ziemlich viel, dann gibt's auch noch, äh, es gibt da noch so kleine, glaube ich, die auch mit einer Powerbank oder so betreiben könnt. Ja? Äh, da können wir auch noch drauf kommen, auf das Thema. Hm. So, ich werde heute übrigens auch noch Themen ansprechen, die man wahrscheinlich von irgendwelchen Preppern oder so, oder das wahrscheinlich noch nie gehört hat. Oder, oder, sehr selten vielleicht, ja? das wird aber nachher noch alles kommen. Ähm, also so ganz praktische Sachen, äh, wo es auch noch ein paar andere Sachen geht. Was, Euro-Paletten übrigens auch, ja, einfach mal Gedanken machen. Wenn man kreativ ist, muss man nichts für Geld ausgeben. Man kann sich auch eine Hütte aus Dungen bauen, wie in Afrika, so gut isolieren, ja, aber ich müsste jetzt nicht unbedingt in einem Haus aus Scheiße wohnen, aber, äh, Feuerstahl und Watte, ja, da können wir nachher noch drauf kommen, wie man Feuer machen kann und so. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der absolute, äh, Profi, ne? Da kann man aber auch Kurse machen und so, also für Toyskates, wenn das unbedingt will. Äh, man kann ja auch gewisse Sachen schon mal üben, falls es mal so weit ist. Mal wirklich in den Wald gehen, mal was ausprobieren oder wie auch immer. Äh, so, was haben wir jetzt gesagt? Also hier mit Wärme, ne? Was halt eine Anregung wäre, wie man halt Wärme erzeugen könnte. Und wie gesagt, die sind manchmal im Angebot, diese Teelichter, äh, könnt ihr euch ja da ein bisschen was holen, ne? Ihr könnt auch was improvisieren, dass ihr einfach so eine Auflaufform nehmt und, und stellt dann da, äh, was drüber, so ein, so ein, wie heißen die denn, Blumentöpfe da, ne? Äh, da müsst ihr übrigens auch aufpassen, wenn ihr euch so ein Ding bauen wollt, äh, also Leute, die so ungeschickt sind wie ich, also das geht dann auch kaputt, ihr müsst das langsam anbohren und so, ne? Äh, so, äh, dann, dann haben wir ja jetzt schon mal ein bisschen was, ne? Dann ist es schon mal ein bisschen warm, dann, was ziel ich, da brennt es circa vier Stunden, ja, haben wir schon, wäre, erzeugen, der Treibung sich ein von der Palme, ja, aber das verbraucht wieder Energie, ne? Äh, weiß ich nicht, ob das ökonomisch ist. Hm, okay. Dann, natürlich, äh, Equipment, ne? Könnt ihr euch organisieren. Wie gesagt, momentan natürlich relativ günstig zu haben, gewisse Sachen, ne? Äh, da gibt es ja dann wirklich ganz viel, also, was ihr euch da holen könnt. Wie, dass ihr was habt da zum Kochen oder, Campingbesteck oder was auch immer, ja? Äh, da gibt es ja unheimlich viel, ne? Wir können aber nochmal auf Strom eingehen, gerade, also, weil es natürlich nicht schlecht ist, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr vielleicht noch die ein oder andere Powerbank erwischt, die vielleicht im Angebot ist. Müsst ihr auch gucken, wie schnell man gewisse Sachen damit aufladen kann. Da kann es auch mal sinnvoll sein, ein bisschen mehr auszugeben, ne? Da müsst ihr halt gucken, je nachdem, was ihr damit betreiben wollt, ne? Also mit so einer Powerbank zum Beispiel, da kann man auch so Dinger reinmachen, wie so ein USB-Stick oder so, und da sind dann so kleine LEDs dran, und die verbrauchen sehr wenig Strom, und es ist sehr hell. Kann man zum Beispiel reinmachen, ne? Also, dass man sowas hat. Und wie gesagt, das kann ja auch sein, dass wenn mal was wäre mit dem Strom, dass das nicht ewig ausfällt. Vielleicht erleben wir ja einfach nur immer mal wieder Stromausfälle, ja? Und dann könnt ihr überbrücken. Dann habt ihr was. Und wäre natürlich nicht schlecht, klar, wenn ihr jetzt natürlich hier ein super Gaming-Notebook habt, ist natürlich auch cool, aber vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ihr, falls ihr ein Notebook überhaupt braucht, eine Krise da, ne? Aber vielleicht noch eins, was nicht so viel Strom verbraucht. Irgendwas Billiges, ein Chromebook oder so, ja? Von mir aus. was mal 16 Stunden hält oder noch länger oder Sub-Notebook, irgendwas, was nicht viel verbraucht. So. Braucht ihr aber jetzt auch nicht unbedingt. Aber ihr könnt zum Beispiel euer Handy aufladen. Jetzt kann man natürlich sagen, wofür braucht man denn das Handy, wenn die Krise ist oder so, wenn eh kein Netz vielleicht geht. Aber ihr könnt ja euch zum Beispiel auf Wikipedia runterladen, das Handy. Ja? Könnt ihr euch ja mal eine entsprechende Speicherkarte reinmachen, auch wiederum im Angebot momentan. So, und dann könnt ihr da ein bisschen was drauf machen. Oder halt einfach wichtige Sachen oder Videos. Ja? Da wollte ich eigentlich ja später drauf zurückkommen. Also drauf zu sprechen kommen, aber ich mach's einfach jetzt, weil es mir gerade einfällt. Äh, was schreibt ihr hier noch? Man sollte einen Hamsterzug zulegen. Ja, der eine oder andere hat ja vielleicht schon einen Hamster. Äh, das wird, wenn dann nur regional, glaub nicht, dass ganz Deutschland betroffen wird. Ja, hoffentlich nicht. Thomas Anderson und was ist mit Stromaggat statt den ganzen anderen Greifen? Ja, natürlich, selbstverständlich, ja. kostet natürlich auch ein bisschen was, ne? Ich wollte ja jetzt erst mal anfangen mit Sachen, falls die Leute nichts für Asche haben, ne? Äh, ja, natürlich Stromaggregat und sowas, ne? Kann man mit Treibstoff, also mit Kraftstoff betreiben oder wie auch immer oder einen Riesenakku, ja, gibt's alles. Äh, äh, so. Äh, so. Äh, also ich werfe jetzt einfach mal noch ein paar andere Punkte ein, nur weil wir jetzt eh gerade drüber reden, ne? Genau, hier Funkgeräte, Radio sind da besser in der Krise, wir schmeißen gerade erst durcheinander irgendwie, ne? Als Handys, ja, natürlich, ja, äh, könnt ihr euch da entsprechende Sachen organisieren, ja? Vielleicht auch, äh, äh, ein Funkgerät, was, wo ihr keine Lizenz dafür braucht, äh, dann vielleicht auch noch was, wo ihr vielleicht eine Lizenz braucht, ich meine, solange ihr nicht das benutzt, also nicht funkt, ja? Ist halt auch, glaube ich, nicht so dramatisch, solange ihr zuhört, wobei irgendwann auch ein Punkt sein könnte in der Krise, wo das vielleicht auch nicht mehr so interessant ist, wo dann aber Notfunk oder so aufgebaut wird, ne? Könnt ihr ja dann auch mal gucken, es gibt sogar Funkgeräte, mit denen könnt ihr auch verschlüsselt kommunizieren, was auch sehr interessant sein könnte, ne? Also, und auch gucken, wie könnt ihr das aufladen und so, ne? Also ich glaube, man kann ja heute viel mit, mit USB aufladen oder so USB-C oder was oder Micro-USB ist natürlich so eine Powerbank, ist natürlich dann schon cool und diese Powerbank, mit denen könnt ihr halt darüber brücken, ne? Wenn nur mal ein Tag kein Strom ist oder wie auch immer, dann habt ihr immer was da und dann ladet ihr die wieder auf, dann wäre es auch nicht schlecht, wenn ihr eine hättet, die sehr schnell laden kann, ja? Versteht ihr? So, hier natürlich auch Radios und so, je nachdem, was ihr habt, Batterien und alles, ist klar, ne? So, äh, ne, aber ich sage jetzt einfach mal was, ich spreche jetzt wirklich mal was an, das ist zwar jetzt eigentlich ein sau unwichtiger Punkt, ne? Aber ich habe mir das mal überlegt, ne? Zum Beispiel, wer jetzt hier so zocken tut oder so, ne? Und ich, ich habe mir, also gerade, wo das hier passiert ist mit Facebook-Ausfall und alles, ne? Da habe ich mir echt gedacht, scheiße, ich bin ja da irgendwie jetzt schlecht drauf vorbereitet gewesen, ne? Bin jetzt komplett Internet weg gewesen, ja? Solange das Internet noch geht, könnt ihr euch zum Beispiel Sachen runterladen, zum Beispiel Videos über Leute mit so Survival oder was, ne? Oder wie man was macht oder, oder sonst irgendwie was, ne? Von mir aus auch, wie ihr euer Auto repariert. Also, und das reicht teilweise, wenn ihr das euch in 240p runterladet. Ja, durch gewisse Sachen, wo ihr dann jedes Detail erkennen müsst, natürlich mehr, ne? Aber, ja, und dann habt ihr das einfach auf so einer Speicherkarte auf dem Handy. Was schreibt? Das Erste, was ich mir 2012 in die Endzeit gewungert hatte, waren Genussmittel jeglicher Art, ein bisschen Panzerschokolade, Brokkoli und Schmerzmittel kann in so einer Situation praktisch sein. Ja, genau, da können wir auch noch zu sprechen kommen. Aber ich schiebe es jetzt einfach gerade ein, ne? Das andere. So, und guckt doch einfach mal, dass ihr einfach so alles habt, größtenteils. Also, wenn es das Internet ausfällt, dass da nichts mehr ist, wo ihr da noch groß drauf zugreifen müsst, dass alles Wichtige, dass das da ist. Ja? Zum Beispiel auch eure Spielekonsole. Ich weiß, das ist jetzt lächerlich, ne? Ist jetzt auch so ziemlich das Unwichtigste, was es gibt, ne? Aber trotzdem, so Leute wie ich denken natürlich drüber nach, äh, dass das alles dann geupdatet ist, ne? Oder zum Beispiel, dass, äh, von manchen Konsolen jetzt hier, von der Xbox Series X oder so, ja? Äh, da gehen noch manche Spiele nicht, die ihr online runtergeladen habt. Dann müsst ihr vielleicht, wäre es doch nicht schlecht, wenn ihr das als Disk-Version hättet oder so, ne? Äh, wenn kein Internet mehr da ist. Bei der Xbox One X sind die Probleme ein bisschen weniger. Äh, da geht dann manches noch. Müsst du auch immer gucken, dass er das auf Hauptkonsole umstellt und bla bla, ne? Also ich hab zum Beispiel, bei mir hab ich die Xbox One X auf Hauptkonsole gestellt, ja? Weil nämlich, wenn ich die Series X auf Hauptkonsole stelle, trotzdem gewisse Sachen nicht gehen, ja? Und so ist halt dann alles gemacht. Ne? Festplatten sind nicht schlecht, könnt ihr ein Spiel runterladen, damit ihr, alles habt. Ne? So. Es gibt doch gewisse Spiele oder so, da könnt ihr halt, äh, wo dann schon so Game of the Year edition, wo dann schon entsprechend gepatcht ist oder so, auch nicht schlecht, ne? So, äh, dann, ja, halt dann Sachen, wenn ihr sowas benutzen wollt, die nicht viel Strom verbrauchen, ne? So ein kleines Sub-Notebook oder so, ja, wo jetzt nicht die krasse Leistung hat, aber halt, eben, lange hält, dann könnt ihr euch zum Beispiel auch, wenn noch genug Strom da ist, ich weiß, das war ein Luxus, aber, wem das doch irgendwie geht, wenn ihr mal Bock habt, ein Film zu gucken mit den Leuten oder so, einfach um die Moral mal ein bisschen hochzuhalten, ja? Also, übrigens, ne, es gibt auch, äh, DVD-Laufwerke, die ihr sogar an, äh, an so ein Fire-Tablet anschließen könnt oder so, ja? Was normalerweise ja nicht geht, aber es gibt welche, bei denen geht das? Was wird hier geschrieben, Sony hat immer noch ein kleines, Leute, entschuldigt, das hört alles so durcheinander, das hier, ne? Äh, Transistor-Radio im Programm, was kaum Strom und Platz braucht, auch braucht das Teil wegen Strom. Ja, sowas ist doch gut. Gerade jetzt, wo Metaverse beginnt, durchzustarten, wäre Internet-Ausfall fatal. Oh, da könnt ihr vielleicht auch mal drüber reden, ja? Äh, über Facebook und so, ne? Und was die so für Schritte planen. Äh, so, ähm, ja, und zum Beispiel, wenn ihr was zocken wollt oder so, wenn ihr eine Switch habt, da geht natürlich dann noch einiges, ne? Also, am besten natürlich die Switch OLED, weil das Display da nicht so viel verbraucht. Das ist natürlich auch bei Handys sehr praktisch, wenn ein OLED-Display habt oder irgendwas, was halt länger hält, ne? Aber da müsst ihr halt gucken, ne? Äh, aber wie gesagt, man kann ein Smartphone dann noch, man kann da einfach viel Wissen drauf haben, oder von mir aus auch Pseudo-Wissen. Aber halt Sachen, ne? Oder auch Musik oder sowas, oder, ne? Dass du da einfach alles habt. Was? Die Geräte gehen viel zu schnell kaputt, wenn du sie mit selbst erzeugtem Strom betreibst, auf Konsole und deine Spiele, musst du wohl verzichten, oh Gott! Leute, dann ist hier die wahre Katastrophe, ne? So. Äh, dann, ja, mit so einer Powerbank können wir doch eine Switch noch betreiben, eine Zeit lang, oder nicht? Äh, aber wie gesagt, auch der Unterhaltungsfaktor, jetzt natürlich nicht unbedingt solche Sachen, klar, wenn E-Strom aus Fall ist, dann braucht ihr hier nicht mit der PS5 anzukommen, oder so, ne? Was dann auch noch viel Strom verbraucht, ist klar, ne? Äh, aber wie gesagt, äh, auch, um Moral aufrecht zu halten, ihr könnt ja gucken, vielleicht habt ihr Gesellschaftsspiele, oder sowas, ne? Risiko, äh, Monopoly, irgend sowas, was auch die Leute kennen und wo die vielleicht mal Bock drauf, Karten, Schach, ja, sowas, ne? Spiele-Sammlung oder so, weil es kann vielleicht auch mal langweilig werden, wenn mal gerade irgendwie kein, das weiß ich was ist, kein Haus in Flammen steht, oder so, äh, äh, so, wie gesagt, hier, Equipment ist natürlich ganz viel, ähm, Game Boy verbraucht auch nicht so viel Energie, also, was viel Energie verbraucht hat, das war, äh, Game Gear, äh, äh, der war, da waren immer schnell die Batterien leer, was, da machst du Kerzen an, aber übrigens, ne, Rüstes Toilett, genau, könnt ihr auch spielen, äh, dann ist die Krise für den einen oder anderen vielleicht sogar, schneller beendet, als er dachte, äh, übrigens, ne, also wie gesagt, hier mit den Kerzen, das würde ich schon eher machen, wenn ich Wärme brauche, und nichts anderes habe, äh, Licht, habt ihr natürlich noch den Vorteil, dass ihr auch zusätzlich noch Licht habt, allerdings, wie gesagt, für Licht würde ich ihr andere Sachen empfehlen, wie gesagt, hier so LED-Lampen oder was, ne, die einfach nicht viel verbrauchen, ne, äh, dann ist es auch noch so, manche Lampen, die kann man auch auf Rotlicht umstellen, dann verbraucht das teilweise noch viel weniger, auch wenn ihr euch Taschenlampen holt, äh, am besten, welche holen, die, äh, mehrere, äh, Farben können, ja, also so eine LED-Taschenlampe zum Beispiel, die, natürlich auch eine gute Löschkraft hat, klar, aber auch, wo man die auf grün umschalten kann, und auf rot, auf grün zum Beispiel, vorzugsweise, wenn ihr auf der Jagd seid, vielleicht nachts, oder mit Tieren oder so, damit die das nicht so richtig ausmachen können, rot zum Beispiel, auch wenn ihr unterwegs seid, äh, damit ihr auf Entfernung nicht so schnell gesehen werdet, ja, äh, noch besser natürlich, ihr habt ein Nachtsichtgerät, da habt ihr natürlich den super Vorteil, ne, äh, aber wie gesagt, wenn ihr jetzt gerade nicht so viel auf der roten Kante habt, ne, dann vielleicht erst mal einfach, eine Taschenlampe, aber wie gesagt, das mit den verschiedenen Farben ist nicht verkehrt, ihr könnt euch auch eine Stöhnenlampe holen, die gibt es auch mit verschiedenen Farben, vielleicht kennt das auch der eine oder andere noch ganz, ganz früher von euch aus der Bundeswehr, wo man dann hier diese, ne, verschiedenen Farben hat er dafür, oh, Taschenlampe, ne, so, ob man das ändern konnte, so, äh, ja, da würde ich dann auch wirklich wahrscheinlich was in der Richtung holen, ne, könnt ihr gucken, was im Angebot ist, ähm, ja, und Equipment, da ist wirklich unheimlich viel, da werden wir auch ganz vieles vergessen, ne, Radio, natürlich, damit ihr hört, was Sache ist, es gibt sogar Radios, da könnt ihr sogar einen Flugfunk teilweise hören, ne, äh, Weltempfänger ist nicht schlecht, was, äh, na, dass ihr einfach mal hört, was da sonst noch irgendwo ist, also, so ein Radio ist eigentlich schon sehr wichtig, ja, falls Internet erst nicht mehr geht, so, wie gesagt, Funkgeräte, dass ihr mit den Leuten vernetzt seid, dass trotzdem noch eine Kommunikation besteht, wenn ihr mit denen Funk allerdings, äh, Code-Wörter oder so, also nicht, dass jetzt heißt, ja, ich komme jetzt an dem Treffpunkt in so und so viel Uhr und dann werdet ihr da abgefangen, ne, dann natürlich dann das ein bisschen verschlüsseln, selbst wenn ihr ein Funkgerät habt, mit dem ihr verschlüsselt, äh, funken könnt, dann würde ich das trotzdem noch eventuell verschlüsseln, also jetzt mit Code-Wörtern oder wie auch immer, es gibt doch diese Taschenlammen zum Kurbeln, kennst du die noch, genau, es gibt doch Taschenlammen zum Kurbeln und das ist meistens auch in Kombination mit einem Kurbelradio, so was könnt ihr euch natürlich auch holen, ähm, da gibt's auch günstig, auch mal immer wieder ein Angebot, Maldi oder sowas, äh, könnt ihr ja ein bisschen ausprobieren, ob sich auch da noch wirklich was tut, wenn ihr Kurbeln ansonsten tauscht das wieder um, dann, mh, die muss ja jetzt nicht, die muss ja jetzt auch nicht so ewig lang gehen, die Sendung da jetzt, ne, also, nur, dass wir mal ein bisschen was angeschnitten haben, ähm, so, wo könnten wir noch hin, was haben wir jetzt alles angesprochen, ein bisschen Essen angesprochen, ein bisschen Trinken, dann, wie gesagt, Wasser kann man irgendwo auffangen, ne, wie wir das auch gesagt haben, auch wenn man es eventuell aufbereiten kann, Wärme, ne, dann, äh, vielleicht, habt ihr euch doch überlegt, äh, jetzt mal so ein paar ganz banale Sachen auch, ne, nur mal angenommen, ihr seid jetzt vielleicht irgendwo in der Stadt und habt ihr euch jetzt, habt ihr halt irgendwo so ein Safehouse oder was, ne, wo ihr hingehört und da ist der Strom weg und dann wollt ihr da hin, aber eure Garage geht überhaupt nicht auf, klar, ist ja kein Strom da, wenn das Auto in der Garage steht, wenn das Auto rausgeht, natürlich dann Glück, dann, ja, scheiße, ne, wie kriegt ihr das jetzt auf, dann müsst ihr gucken, wie geht das, könnt ihr euch aber im Vorfeld schon mal mit befassen, ja, wie ihr trotzdem die Garage aufregt, dann, äh, vielleicht seid ihr auch im Aufzug, wenn das passiert, das ist natürlich dann scheiße, ne, also, da kommt ihr nicht so ohne weiteres raus in der Regel, äh, aber vielleicht, vielleicht habt ihr ja ein Mehrfamilienhaus oder so oder jetzt, vielleicht seid ihr auch in der Großstadt, sind ganz viele Wohnungen und vielleicht ist ja da irgendjemand, der das machen will, so Aufzugbeauftragter oder so ein Kram, ja, die Aufzüge sind sehr unterschiedlich, aber, äh, manchmal genügen dann ein paar Angriffe und, dass man dann weiß, wie man den wieder in das entsprechende Stockwerk kriegt, weil bis dann da Leute rausgeholt werden, das kann ewig dauern, bis dann die Hilfskräfte kommen und dann der eine oder andere wird es dann vielleicht schon nicht überleben mit dem Aufzug, ne, also auch immer damit überlegen, wo seid ihr gerade, ihr könnt ja überall sein, wenn das passiert, Campingkocher, kleine Gasflaschen, Baustellenheizung, die mit Gasflaschen, ja, kann man alles machen und natürlich immer den Sicherheitsaspekt beachten, ja, genau, Hygieneartikel werden hier noch geschrieben, dann natürlich auch gucken, was braucht ihr alles so, ne, da muss jetzt nicht unbedingt die große Krise sein, ah, hier, Klopapier, klar, ne, es war übrigens vorwiegend in Deutschland, dass es so viel ausverkauft war, ne, äh, ja, ähm, da gibt es übrigens auch, selbst wenn das mal alle wäre, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, aber es wäre schon cool, wenn ihr welches hättet, ne, und dann noch nicht so verschwenderisch damit umgehen, äh, Hygiene und so können wir gleich noch drauf eingehen, ähm, dann, wo waren wir denn jetzt gerade, genau, also ihr wisst nicht, wo das passiert, am besten, ihr habt überall irgendwas, ja, zum Beispiel Equipment oder kleinere Sachen oder was ihr dann braucht, zum Beispiel, äh, wenn ihr vielleicht in der Stadt unterwegs seid und immer mal einen Rucksack dabei habt oder sowas, ne, da habt ihr vielleicht ein paar Kleinigkeiten da drin, es gibt doch sowieso Behälter, so wie so eine Plastikbox, die auch teilweise wasserdicht ist, ja, da könnt ihr euch dann so das Nötigste reinmachen, damit ihr das immer dabei habt, was was ist, oder auf der Arbeit, vielleicht habt ihr einen Spind oder sowas, könnt ihr was reinmachen oder ihr macht eine ganz kleine Tasche in euer Auto rein, ja, dann, äh, dass ihr da was daheim habt oder ihr stellt vielleicht sogar noch was bei Verwandtschaft unter, ihr sagt vielleicht, es ist einfach nur so eine Kiste oder so, aber in Wirklichkeit ist dann da alles drin, vielleicht sogar was zu essen oder so, vielleicht Leute, die sich niemals was anlegen würden, sind aber froh, dass was da ist. Die Gegend muss schon so einiges bieten, was man braucht, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, ist viel zu unsicher. Ja, natürlich, äh, das ist natürlich auch die Frage mit dem Auto, aber das können wir auch noch ansprechen, Auto. Vielleicht denkt ihr euch, äh, ich mach mir jetzt einen Vorrat an Benzin oder an Diesel oder so, ne, und dann macht ihr das und dann, äh, ist die Krise und Tankstelle ist irgendwie, kriegt ihr nichts mehr und dann wollt ihr zum Beispiel Diesel reinkippen in euer Auto und dann seht ihr, was ist das denn? Das ist ja so Schlamm drin oder so ekelhaft, ne? Ja, dann hat ihr ja Diesel, die Dieselpest, ja? Kann durch das vorkommen. Auch mal informieren, wie lange halten sich denn gewisse Kraftstoffe, ja? Das Problem ist, dass da auch Bio-Scheiß da drin ist. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und das kann dann halt, bietet einen sehr guten Nährboden für gewisse Bakterien dann und so, ne? Also, dann könnt ihr nachher wirklich Benzinfilter wegschmeißen oder das ganze Auto, also ist dann, ne? Es ist schwierig, das wieder sauber zu kriegen. Müsst ihr aufpassen. Ansonsten müsst ihr auch gucken, wie viel könnt ihr überhaupt davon lagern oder so, ja? Immer vielleicht gucken, dass das Auto dreiviertel voll ist, ja? Dann, notfalls könnte man ja auch noch mit Heizöl fahren, beim Diesel jetzt, ne? Beim Benzin natürlich nicht. Da halt immer gucken. Es gibt doch so Additive, ne? Wo man da reinmachen kann, damit das ein bisschen haltbarer bleibt, So Kraftstoffe. Könnt ihr auch mal gucken. Es sind so Sachen, da denkt man aber vielleicht gar nicht dran, ne? So, und dann habt ihr ein tolles Auto und habt da Sachen drin, wollt wegfahren. Ihr wisst sogar, wie die Garage aufgeht oder so, ja? Und dann ist da Straßensperre oder das alles zu oder das Stau und ihr kommt sowieso nicht weiter. Das macht ihr dann. Klar, dann könnt ihr natürlich zu Fuß mit dem Rucksack und so, ne? Aber noch cleverer wäre es doch vielleicht, wenn ihr ein Fahrrad hättet. Vielleicht sogar ein Klapprad, ja? Ein ganz kleines. Könnt ihr euch auch gebraucht holen oder so, ja? Und, äh, da seid ihr ja viel schneller unterwegs. Wenn ihr noch mehr Asche habt, dann könnt ihr euch natürlich auch ein kleines E-Bike holen, was man vielleicht auch zusammenklappen kann, ja? Könnt ihr dann aber schon mal 1.000 Euro ausgeben oder so, ne? Aber, äh, ähm, mindestens wahrscheinlich. Oder halt noch. Vielleicht kriegt ihr es auch günstiger. Äh, äh, ein E-Bike oder ein E-Enduro ist super, wenn man fast lautlos mit möglichst so Geschwindigkeit unterwegs sein will. Sehr gut. Richtig. Ja, genau. Äh, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. 47.11 ist noch leer, wer gerade, okay, bla, 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 okay. So, äh, mh, so, wie gesagt, Fahrrad oder so ist nicht schlecht. Rucksack, könnt ihr irgendwo hinfahren, vielleicht ein geländegängiges Fahrrad, ne? Geländetauglich. Äh, da auch gucken, dass da alles in Ordnung ist, auch mit dem Fahrrad, ne? Ja, also, ähm, was auch noch wichtig ist, äh, also, falls es mal irgendwie die Krise ist, oder, keine Ahnung, vielleicht steht ihr Auto die ganze Zeit rum und, äh, da könnt ihr jetzt irgendwo hinfahren oder, oder das heißt irgendwie, weil ihr jetzt ungeimpft seid, nehmt man euch den Führerschein weg oder kann ja alles passieren, ja? Äh, dann aber trotzdem immer mal gucken, dass ihr das Auto und sei es nur frisch hinterm Haus oder im Hof oder was auch immer, ja? Vielleicht mal kurz anmacht oder ein ganz kleines bisschen Hin- und Erfahrt oder so, ja? Damit es keine Standschäden bekommt. Das ist auch noch, oder dass die Batterie nicht leer geht oder vielleicht auch die Batterie abklemmen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnte man sogar eine Autobatterie verwenden für, als Energiespeicher, aber ich bin da nicht so drin, ja? Äh, was ihr auch noch machen könnt, je nachdem, was für ein Auto ihr erfahrt, dann holt ihr euch noch so ein Reparaturbuch oder so, damit ihr das selber reparieren könnt und Werkzeug, ja? Wäre auch ganz cool. So, wenn ihr sowas hättet. Ähm, einfach so überlegen, das einfach mal alles durchgehen, ne? Was könnte dann sein und was ist dann, ne? So. Dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass, äh, viele Leute sich null damit befassen werden. Äh, da könnt ihr euch auch überlegen, sollen die dann verhungern oder was? Äh, vielleicht habt ihr noch ein bisschen was auf der hohen Kante oder könnt dann auch noch sogar für eure Verwandtschaft oder was auch immer wählen, ja? Da müsst ihr aber genau überlegen, äh, vielleicht auch noch ein bisschen was. Die sind vielleicht dann froh, wenn sie was haben. Kann natürlich sein, selbst wenn ihr jetzt hingehen würdet, würdet eine Kiste packen, würdet ihr das vorbeibringen, ey, hier für die Krise, wenn ihr euch vielleicht auslachen, dann ist wieder dieses Szenario, dass das wieder rumerzählt wird und dann wissen die der Nachbarn, dass bei euch was zu holen ist. Also, wenn ihr da eh auf taube Ohren stoßt, lasst am besten sowas sein oder das halt wirklich verstecken. Einfach sagen, es ist eine Umzugskiste, kann ich das mal da hinstellen, ein, zwei Stück oder so, dann, und da ist das dann halt drin, ja? Das geht natürlich, ja? Aber halt, äh, ja, was wirklich nicht verkehrt wäre, wenn ihr vielleicht irgendwo wohnt, wie gesagt, wo ihr Leute kennt, wo ihr euch dann so ein bisschen vernetzen könnt, wo ihr nicht ganz allein seid, auch notfalls davon ausgehen, gewisse Ziele auch zu Fuß erreichen zu können oder mit dem Fahrrad, wenn die Autobahnen dicht sind, wäre ein Fahrrad E-Bug sinnvoll oder eine Katastrophe? Ja, ja, da müsste ihr davon ausgehen. Und vor allem, selbst wenn ihr mit dem Auto weg könnt, dann irgendwo rumfahren, wo nicht so viele Leute sind, ne? Das könnt ihr euch aber auch schon mal überlegen. Und natürlich auf dem Handy. Vielleicht geht ja dann GPS noch oder so. Äh, ihr könnt ja hingehen und auf dem Handy, selbst wenn es nicht gehen würde, könntet ihr trotzdem auf der Karte gucken. Da habe ich alles runterladen, ja? Ich finde zum Beispiel die TomTom App ganz gut, auch fürs Handy, ja? Aber ihr könnt auch Google Maps oder so, also je nachdem, ne? Dass ihr das da drauf habt, ne? Vielleicht auch vom Ausland, wo ihr vielleicht auch hin müsst, ne? Vielleicht habt ihr auch zusätzlich noch ein Navi, was ihr auch dann wieder betreiben könnt mit, äh, einer Powerbank. Oder natürlich, klar, wenn ihr eh mit dem Auto unterwegs seid, natürlich, klar. Und da könnt ihr natürlich auch immer schön was aufladen während der Fahrt. Und auch, wenn ihr gar kein Radio habt, vielleicht habt ihr aber im Auto ein Radio. Natürlich habt ihr wahrscheinlich eins, ja? Dann kriegt ihr auch da noch Infos hier. Also auch da immer dran denken, ne? Äh, auch gut sind die Körbe fürs Fahrrad oder kleine Anhänger. Praktische Rucksäcke sind auch empfehlenswert. Dort kann man Sachen dranhängen. Couchsport miteinander verbinden und so weiter. Das sagt mir jetzt nichts Couchsport, aber, okay. Ähm, 33 Zuschauer gerade. Och, Leute. Oh, was für eine böse Zahl. Nee, aber, äh, und, äh, auch verdammt wenig, ne? Äh, aber egal. Egal. Vielleicht guckt sich ja noch, ah, jetzt würde ich sagen, so wieder mehr. Äh, wartet mal. Was schreibt hier jemand, äh, nicht auf Online-Mass verlassen, man soll die wichtigsten Landkarten so kaufen mit Kompass. Ja, genau. Also, aber du kannst ja zusätzlich was auf dem Handy noch haben, ne? Oder sonst wo runtergeladen haben. Dann, äh, natürlich Kartenmaterial gibt's teilweise sehr günstig, dass ihr das habt. Auch am besten vielleicht schon mal im Auto drin liegen haben. Dann, äh, vielleicht auch so Wanderkarten oder so, dass ihr euch da irgendwie durchschlagen könnt, dass euch nicht jeder sieht, ne? Dann darum gehen oder Mountainbike oder was. Äh, aber übrigens, ne, hier was noch Apps angeht, da kann man sich auch noch so Warn-Apps holen. Es gibt zum Beispiel diese Nina-App, ne? Für Katastrophen. Da kommt vielleicht mal eine Info rein, ja? Äh, oder zum Beispiel Warnwetter, ja? Ist auch noch so eine App. Könnt ihr euch auch holen. Wir haben ja da jetzt einiges gesehen, dass da nicht die Leute ausreichend frühzeitig informiert wurden, ne? Groß, größtenteils. Und lernen, wie man Koordinaten liest. Sich Online-Karten, Himmelsrichtung, genau. Aber übrigens, ne, genau, äh, da ist auch nicht verkehrt, euch damit zu befassen. Und wenn ihr einen Kompass habt, dass ihr auch einen Vernünftigen habt. Nicht nur einen, der jetzt cool aussieht, sondern auch einen, der, ne? Das ist auch nicht immer so ganz einfach, ne? Also, das sollte man vorher schon mal gemacht haben. Also, der ungefähr wisst, was Sache ist, ja? Wie weltfremd, wenn Blackout kommt, dann wirst du erst mal nächste Rewebühne... Ja, ich nicht. Ja? Ich würde das nicht machen. Weil das ist dann sehr gefährlich. Also, ich würde erst mal gucken, dass ich nicht unbedingt rausgehe. Ja? Aber übrigens, und sogar, wenn ihr noch ein bisschen was zu essen habt oder so, dann, äh, ja, ist natürlich dann so eine Sache, ne? Wenn ihr natürlich dann da, äh, wohlgenährt ausseht und die anderen Leute sehen aus wie verhungert, dann fällt das natürlich auf. Weil der wird wohl dann Fressen haben. Ja? Also, dann auch wenig essen. Erstens mal hältst du dann länger und zweitens, klar, ihr seid eh schon Spingeldür, ne? Aber, äh, das ist natürlich dann so ein Ding, was, ne? Und dann ist mal irgendwann Schluss mit Free-for-All-You-Can-Eat, ne? Ne, aber, äh, dass ihr halt eben auch so ausseht, als würdet ihr auch mitleiden oder als würdet ihr da fertig sein oder dass ihr auch nichts habt. So, das meine ich damit, ja? Oder, äh, dass ihr auch nicht so auffallt oder ihr seht jetzt nicht hier die super krasse Ausrüstung, äh, super Militärrucksack oder sowas, sondern einfach irgendwas Unauffälliges, ne? Das hab ich auch irgendwann schon mal angeschnitten in der Sendung, in der letzten Free-for-All-Sendung, der Folge 60. Äh, also, wenn wirklich ein großer Blackout kommt, sind diejenigen als erstes dran, die am besten vorbei sind. Ja, natürlich! Und deswegen sage ich hier Geheimhaltung, ne? Dass man eben nicht direkt zu euch kommt, ne? Und wenn es jemand weiß, dann müsst ihr halt eben gucken, dass, ne? Und selbst wenn ihr dann übermannt werdet, müsst ihr euch halt so teuer wie möchtest verkaufen, ne? Äh, oder am besten gucken, dass ihr weg seid. So, äh, dann, was heißt jetzt, ich denke, Brot, Zwieback, genau, hab ich vorhin schon gesagt, ne? Da müsst ihr aber auch gucken, mit Zwieback, dass sich das entsprechend hält, kann natürlich auch mal, hält sich lange nicht so, also, hält sich nicht so lange wie Reis, oder sowas, und da müsst ihr auch gucken, das ist auch ein bisschen Fett, glaube ich, mit drin, das wird dann irgendwann ranzig, also ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, wer ein bisschen mehr Kohle hat, äh, kann natürlich hingehen, wenn wir jetzt nochmal aufs Essen zurückkommen, natürlich sich Konserven holen, da könnt ihr auch schon mal hingehen, und holt euch doch einfach mal eine Auswahl an gewissen Konserven, die probiert ihr da mal, was schmeckt mir denn gut, ne? Und dann könnt ihr euch ja eine größere Menge davon holen. Und, ah, das übrigens auch noch ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch irgendwas holen wollt, dann geht nicht hin, und holt euch da eine ganze Palette, oder, dass ihr aussieht, wie ihr, als würdet ihr euch da für einen Weltuntergang vorbereiten, ne? Ja, das ist eigentlich noch einer der ersten Punkte, die hätte ich eigentlich vorhin am Anfang schnell werden müssen, ne? Ich hoffe, ihr guckt die Sendung bis hierhin. Also, total unauffällig, ja? Aber das gehört ja auch zum Punkt Geheimhaltung mit dazu, ne? Am besten wäre es, immer nur ein bisschen mehr einzukaufen, dass das dir überhaupt nicht auffällt, ja? Und wenn ihr sagt, nee, ich glaube, da passiert jetzt schon früher was, ich habe nicht mehr so viel Zeit, dann geht ihr halt in verschiedenen Geschäften einkaufen, nur damit das halt nicht so auffällt. Und wenn ihr das ganze Auto voll habt, dann bloß nicht tagsüber, Kofferraum, Auto steht vielleicht draußen, die Leute sehen das, dann lieber nachts oder so, oder, dass sie sich mitbekommen, oder nur ein bisschen was rausholen oder so, oder irgendwo reinmachen, was steht immer hier, es gibt ja auch günstige Konserven, ja, aber es gibt vielleicht auch Sachen, die nicht so schmecken, ne? Müsst ihr ein bisschen gucken. Klopapier nicht vergessen, ja, ist klar, ne? So, äh, dann, ja, wie gesagt, wer ein bisschen mehr Geld hat, kann man auch, gibt auch Konserven, die auch nicht so schlecht schmecken, da gibt es alles Mögliche, könnt ihr auch Fisch oder sowas holen, äh, Gemüse als Mögliche, was es da gibt, ähm, dann, wie gesagt, wenn ihr eine große Kühldruhe habt, da könnt ihr euch auch noch einiges reinmachen, äh, für Strom natürlich, wer Geld hat, Notstromaggregat, bla bla, oder da könnt ihr euch viel machen, vielleicht habt ihr sogar einen Wassertank, hinten im Garten stehen oder so, äh, was jetzt nicht unbedingt was mit Strom zu tun hat, aber, da, da kann man vieles machen, ne, wenn man einen Kohl hat, äh, Psychologie, äh, Erkenntnisse sind auch wichtig, und dass man erkennt, welche Leute man sich in die Community holt, stark, separat organisiert und Aufgaben verteilt, äh, ja, das ist sowieso absolute Mangelware bei Leuten, diese Psychologiekenntnisse, und ehrlich gesagt, da mache ich mir auch keine großen Hoffnungen mehr, dass die Leute da irgendwie noch auf den Trichter kommen, was gewisse Sachen angeht, wen das natürlich interessiert, das ist unglaublich wichtig, ne, wenn ihr da irgendwelche Narzissen oder Psychopathen habt, oder so, das ist mega gefährlich, äh, vielleicht ist weniger, manchmal mehr, eher weniger Leute, oder so, guckt am besten vielleicht Familie, oder so, oder irgendwas, also Blut ist notfalls vielleicht dicker als Wasser, das ist sehr, sehr schwierig da, wenn ihr da komische Leute drin habt, dann können die die anderen aufhetzen, oder ihr wird dann fertig gemacht, oder die sind manipulativ, und da muss ja noch nicht mal jetzt der Superpsychopath, oder Supernarzisst dabei sein, aber das Problem ist einfach, die haben da schon Kenntnisse über sowas, Leute zu manipulieren dementsprechend, und die anderen Leute, die sind halt so, so blauäugig meistens, und die fallen einfach drauf rein, oder die können sich das nicht vorstellen, oder das kann sehr, sehr gefährlich sein, Psychologiekenntnisse absolut wichtig, ja, äh, ganz wichtig, also wäre eigentlich sehr wichtig, aber werden die meisten sich eh nicht damit befassen, ähm, dann, ja, ich würde da eh aufpassen, ja, auch mit diesen ganzen Sachen da, wo sich immer irgendwas organisiert, oder so, oder wo dann Leute auf euch zukommen, ah, komm, wir machen jetzt das und das, ey, ganz ehrlich, Leute, äh, das im größeren Stil, könnt ihr das größten Tats vergessen, weil, äh, selbst wenn da wirklich nur Top-Leute am Anfang dabei sind, äh, wenn das zu groß wird, ja, äh, eine Bewegung oder so war, dann wird, wird das unterwandert, wenn die nicht sowieso schon von entsprechenden Leuten gegründet wurde, und es ist immer davon auszugehen, dass gewisse Leute euch abfangen wollen, ja, also, äh, ne, das ist, damit ihr nicht wirklich, raus in die Freiheit kommt, ne, aber da haben wir in anderen Sendungen schon drüber gesprochen, ne, äh, jedenfalls, ja, da, könnt ihr eigentlich größten Tats vergessen, ne, meiner Meinung nach, klar, vielleicht habt ihr irgendwas, was sich lohnt, oder so, aber ich hab ja da auch schon diesbezüglich sehr viel Erfahrung gemacht, äh, ich wäre ja sehr, sehr vorsichtig, was Seife ist auch wichtig, zum Beispiel aus higienischen, medizinischen Gründen, wird gutes Tauschmittel sein, und auch Medikamente wie Antibiotika, ja, guckt euch mal, das hat er da alles organisiert, ne, das hat er alles mögliche, ihr habt Tabletten, die ihr braucht, für Schmerzmittel, dann, äh, Seife, da gab's doch mal irgendwas, aber es gibt so zwei, ich weiß, ich weiß echt nicht mehr, wie das heißt, Doktor, hau mich blau, irgendwas, ja, äh, das ist so, wie so Seife, aber das kann man sehr vielseitig benutzen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, kriegt er teilweise im Drogeriemarkt, oder so, kostet er da ein bisschen was, vielleicht findet ihr es nochmal raus, insbesondere von Esoterikern, politischen Ideologen, meisten Truthern, sollte man sich eher fernern, ja, vor allem von Truthern, ja, vor sogenannten Truthern, ja, also, das ist, gerade in dieser Szene, also, da hab ich ja viel drüber erzählt, ne, super gefährlich, ja, und mit der Wahrheit, zumindest mal, was ich so für Erfahrungen gemacht habe, äh, haben diese Leute dann doch nicht immer so viel, äh, zu tun, aber, wie gesagt, wird da vielleicht schon ein paar geben, wo ihr dann noch sagen könnt, ach komm, ne, äh, aber das haben wir, hab ich ja, äh, groß und breit über gesprochen, Kernseife, genau, solche Sachen, also, wie gesagt, hier die hygienischen Sachen, dass ihr da alles da habt, ja, was auch wichtig ist in der Krise, dass ihr euch nicht so hängen lasst, ne, äh, auch, dass ihr euch trotzdem rasiert, oder trotzdem euch die Haare macht, oder so, ich meine, das klingt jetzt vielleicht bescheuert, ne, aber, äh, das hat auch viel damit zu tun, mit, mit, äh, ja, dass ihr euch nicht aufgehebt, ne, dass es Durchhaltewille und sowas, das kann sehr wichtig sein, das kann echt übel werden, ja, übrigens, ne, wenn ihr euch noch ein bisschen, was kannst du bestimmte Trucer nennen, die zwielichtig sind, äh, da müsstest du mich jetzt eher fragen, äh, ob ich dir welche nennen kann, die ich, äh, vorbehaltlos empfehlen kann, weil das würde dann nämlich viel schneller gehen, die aufzuzählen, ne, naja, jedenfalls, ähm, aber es ist eigentlich nur meine persönliche Ansicht, ja, ich kann da völlig falsch gehen, so, äh, außerdem, diesen Weg muss man selber gehen, das ist, das kann keiner für einen machen, die Erfahrung muss man selber machen, äh, äh, ne, gewisse Bücher, wenn ich jetzt gar keine Kohle hätte, ne, aber ich würde sagen, zwei Bücher, oder für mich aus drei, ja, die wichtig sind, dann würde ich zum Beispiel sagen, was, wen würdest du empfehlen, gar keinen, ich würde gar keinen vorbehaltslos empfehlen, überhaupt keinen, das heißt jetzt nicht, dass gar keine Leute da wären, die empfehlenswert sind, aber ich persönlich, ich selber, könnte euch niemanden empfehlen, vorbehaltslos, ja, ja, klar ziehe ich mir auch Leute rein, ja, aber ich könnte da keinen, guten Gewissens, wo ich da wirklich sagen würde, auch das ist aber jetzt wirklich unser Mann, könnte ich nicht, ja, äh, übrigens, ne, wie gesagt, äh, wenn man zwei, drei Bücher haben will, ja, äh, das könnt ihr euch auch gerne mal notieren, oder so, dann merkt euch das, äh, könnt ihr zum einen, könnt ihr schulen, ist sehr, sehr günstig, äh, Lexikon des Überlebens, das ist so rot, und wie so ein weißes Kreuz drauf, das ist richtig gut, das Buch, und kostet nicht viel, und dann könnt ihr euch noch holen, wie gesagt, ihr könnt euch sowas auch gebraucht holen, oder was, ne, dann könnt ihr euch noch holen, wobei, das kriegt ihr auch neu relativ günstig, dann noch, äh, wie helfe ich mir draußen, da könnt ihr auch eine alte Ausgabe holen, ne, also, egal, hauptsache, ihr habt was, ja, vielleicht sogar zweimal, oder so, bestimmte Bücher, das eine im Auto habt, das eine im Rucksack, oder was auch immer, ja, weil das kann sehr wichtig sein, ne, wissen, was euch vorhin nicht angeeignet habt, dass dann da trotzdem noch was drinsteht, als Inspiration, ne, diese beiden Bücher, und, äh, ist jetzt natürlich Geschmackssache, vielleicht wäre es auch nicht schlecht, eine Bibel zu haben, ja, so, äh, jedenfalls, ähm, wie gesagt, und wenn da gewisse Sachen echt jetzt so kommen sollten, oder was, wie manche Leute da jetzt sagen, oder vermuten, dann wird euch da eh, in letzter Konsequenz, alles nicht retten, egal, was ich jetzt sage, ja, das ist dann leider einfach so, ja, und gewisse Sachen schließen sich noch nicht mal gegenseitig aus, also, auch mit Endzeit oder so, oder, ich hab ja da auch so Überlegungen, was da vielleicht kommen könnte, da haben wir ja auch viel drüber gesprochen, in der Sendung Schöne neue Welt, aber gewisse Sachen schließen sich da trotzdem nicht aus, also, das ist, kann trotzdem sein, ähm, wir wissen es halt nicht, so, äh, ja, ich denke, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was angerissen, in dieser Sendung, könnte da noch viel, viel mehr machen, äh, es sollen auch nur Impulse sein, äh, die euch dann quasi, die dazu führen, dass euch nochmal näher damit befasst, ja, äh, wie gesagt, vielleicht werde ich noch manche Links reinsetzen, da werdet ihr auch das eine oder andere wiedererkennen, ja, äh, wo andere Leute mich bereits inspiriert hatten, ja, äh, was ich dann hier an den Mann gebracht habe, ähm, oder an die Frau von mir aus, ja, wenn, manchen ist es ja sehr wichtig, dass man das dazu sagt, wenn ich sage, an den Mann bringen, meine ich eigentlich auch die Frau auch damit, ja, also automatisch, äh, so, ähm, keine Sorge, Leute, ich fange jetzt nicht an zu gendern oder so, äh, jedenfalls, äh, ja, oder halt auch noch so Bücher, wie ihr Nahrung anbauen könnt oder so, oder generell, ja, so gewisse Bücher, die wären vielleicht nicht schlecht, ne, die ihr günstig kriegen könnt, ja, würde ich schon mal sagen, also, wenn ihr noch irgendwas, wenn ihr noch Anregungen habt oder so, dann schreibt es jetzt hier in den Chat rein, äh, was schreibt hier jemand, Alexander Wagern ist sehr informativ, ja, das stimmt, ähm, ansonsten würde ich dann wahrscheinlich bei zwei Stunden einfach Schluss machen, ich denke, da haben wir jetzt schon mal ein bisschen was hier, ne, gemacht, da würde einem noch viel mehr einfallen, da könnte man eine achtstündige Sendung drüber machen, und, äh, das ist, selbst das würde nicht reichen wahrscheinlich, ne, wie gesagt, da gibt es ja ganze Kanäle drüber über das Thema, ja, ja, ich würde ansonsten sagen, dass wir halt dann tatsächlich jetzt Schluss machen, ja, weil das, was mir jetzt so spontan eingefallen ist, das habe ich eigentlich jetzt gesagt, äh, wie gesagt, das können nur Anregungen sein, das ist nur ganz wenig, da ist noch viel, viel mehr, wahrscheinlich haben wir auch ganz wichtige Sachen jetzt nicht gesagt, ach so, aber übrigens, ne, wenn dann hier die Krise ist oder so, ne, oder es ist kein Strom mehr da, dann, also, also auch noch hier die Sicherheitsaspekte, ne, hier mit Feuerlöschern und so, das haben wir ja immer angesprochen, wie ihr euch dann da, äh, gegen Plünder oder so hilft, müsst ihr euch selber Gedanken machen, da werde ich jetzt hier nicht groß, äh, irgendwie, ne, da geht, geht zum Let's Shoot, ja, auf dem Kanal, da, der kann euch ein bisschen was erzählen, ja, oder geht in den Schützenverein oder so, äh, Sagand bietet nur Esoterik, keine Überlebstipps, ähm, wenn du das so sehen willst, äh, jedenfalls ist halt jetzt nicht hier der super Survival-Kanal, ja, zumindest nicht in der Form, ne, wie Leute das da vielleicht gerne hätten dann, ne, da gibt es aber andere Kanäle dafür, äh, so, ah, so, übrigens, ne, ähm, was wir auch noch sagen könnten, also, wie gesagt, hier, wenn dann was ist und dann gucken, dass bei euch halt auch dunkel ist, ja, dass sie nicht draußen irgendwie sehen, dass Licht ist oder wie gesagt, da oben Qualm aus dem Schornstein kommt oder was auch immer, ja, oder dass man Essen bei euch riecht, weil ihr was zubereitet, ja, je nachdem wäre es vielleicht besser, da, ne, unbemerkt zu bleiben, ja, dann übrigens jetzt hier noch Winter, ne, auch dass ihr für euer Auto auch vorgesorgt habt, ne, vielleicht fällt viel Schnee, je nachdem, wo ihr wohnt in Deutschland, ne, dann, äh, wäre es vielleicht nicht schlecht Schneeketten zu haben, stellen wir vor, ihr wollt mit dem Auto weg, ne, Winterreifen könnt ihr euch auch schon mal langsam aufziehen, falls ihr es nicht gemacht habt, ja, stellen wir vor, ihr wollt weg und geht da nicht, weil ihr keine Schneeketten habt, ne, sowas könnt, es gibt da noch andere Sachen, es müssen jetzt nicht mehr Schneeketten sein, es gibt da verschiedene Variationen, ja, dass ihr halt sowas habt, ne, dann, äh, in der Krise ist es wichtig, sich nicht, oder generell so, so Survival-Ausrüstung halt, ja, so, auch so kleinere Sachen, dass ihr vielleicht ein Messer habt für draußen oder so, oder, was natürlich erlaubt ist, ja, äh, oder, oder sonst vielleicht ein kleiner Klappspaten, oder, oder, so ein Kram halt, da gibt's, da gibt's ganz viel, äh, in der Krise ist es wichtig, sich nicht in irgendwelche Ideologien, Esoterik oder Endzeit, prophezeiung, zu verrennen, ein klarer Kopf, nicht, außer natürlich ist es wirklich die Endzeit, ne, äh, gibt's von dir nur regelmäßig solche Streams, äh, ich hatte zuerst überlegt, äh, dass ich da vielleicht so eine Reihe draus mache, Kondition Rot, äh, aber ich muss sagen, ich hab jetzt eigentlich vieles in diesen einen Stream hier reingepackt, ja, äh, vielleicht werden wir aber auch noch wirklich sowas machen, Kondition Rot, Folge Endzeit, ja, oder Kondition Rot, äh, weiß was ich was, ja, äh, Dritter Weltkrieg oder so, da muss ich gucken, das weiß ich aber nicht, also, äh, das ist ja einfach nur eine Sondersendung, das hier, ähm, ja, wobei, Sondersendung bei mir jetzt auch nicht mit die Ausnahmen, da haben wir schon sehr viele Sondersendungen gemacht, äh, ne, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, das hier, und vor allem auch, weil es jetzt vielleicht noch günstig was gibt, wo ihr was kaufen könnt, heute vielleicht noch, ja, nächste Woche ist ja wieder schlecht eventuell, ne, ähm, der Amazon oder was weiß ich wo, ja, äh, Ebay oder könnt ihr auch mal Idealo gucken, was so gibt, äh, also nicht nur Spiele kaufen, sondern auch, äh, aber übrigens Gaming habe ich ja schon erwähnt, werde doch vielleicht mal wieder einen oder anderen Gaming Stream machen, äh, ich hatte ja schon mal einen kleinen Teststream gemacht, mit Guardians of the Galaxy, ich finde das Spiel ja unglaublich geil, ja, äh, so, hm, habt ihr noch irgendwas, dann schreibst du in den Chat rein, ich finde so zwei Stunden, das ist nämlich eine gute Zeit, um dann aufzuhören, für heute mal, ja, ja, da wäre, wäre sicherlich noch, noch ganz viel gewesen, ach so, dann noch so Sachen, Tauschmittel oder sowas, dass ihr bestimmte Sachen habt, ne, selbst wenn ihr nicht raucht, aber Zigaretten können gutes Tauschmittel sein, ja, dann, äh, ist ja schön, wenn ihr Gold und Silber habt, aber könnt ihr mit Wirkstamm was anfangen, erst mal gucken, würde ich sagen, dass ihr ganze Sachen habt, die ihr braucht, und dann vielleicht noch euer Vermögen irgendwie hättet, äh, ne, das ist halt auch, äh, ja, auch Feuerzeuge oder was auch immer da, ne, da könnt ihr euch ja selber noch Gedanken machen, was man da, so Alkohol zum Beispiel auch, nicht nur um selber zu trinken, sondern auch zum Desinfizieren, oder, oder, ähm, als Tauschmittel, ja, also da ist, da ist ganz viel, glaube ich, noch, ja, was man sich dann noch überlegen kann, und das werdet ihr auch auf den entsprechenden Kanälen auch finden, ja, Prepping oder wie auch immer da, du wirst Leute haben, die dich versuchen, mit den Esoterikern oder Endzeug zu ködern, und am Ende geht ihre Community, bach oder her, es kann alles passieren, ne, also, das ist, äh, sauer, sauer, heikel alles, ne, also, wie gesagt, wenn ihr da mit ganz komischen Leuten zu tun habt, ich hoffe, meine Sendungen waren euch eine leere, äh, guckt mal, welche Leute ich da drin hatte, und so, ich will das jetzt nicht erst aufräumen, aber, äh, gewisse Fehler, die ich gemacht habe, braucht ihr ja nicht zu machen, ihr könnt ja da ein bisschen vorsichtiger sein, also, ja, ja, man kann da auch, wie ich es schon erwähnt habe, auch Kurse machen, Survival-Kurs oder was, dass man da auch mal ein bisschen weiß, was kann ich alles machen mit einem Messer im Wald, oder, wie kann ich selber Feuer machen, auch ohne Feuerzeug, ja, äh, besser ist natürlich, wenn man sowas dabei hat, aber kann natürlich auch sein, dass ihr gar nichts dabei habt, ja, und dann müsst ihr so irgendwie klarkommen, müsst improvisieren, und da ist dann das entsprechende Wissen halt sehr wichtig, ja, kann natürlich auch wichtig sein, Fremdsprachen zu kennen, je nachdem, mit wie man da kommunizieren muss, oder wo man hingeht, oder was auch immer, ja, äh, ja, aber ich würde an eurer Stelle wirklich nochmal gucken, wie gesagt, dass ihr euch auch wirklich jetzt nochmal alles runterladet, was ihr braucht, im Internet, ja, Videos oder so, und wie gesagt, da passt sehr viel drauf irgendwo, auch wenn es nicht so viel Speicher hat, 240p reicht teilweise, ja, und am besten dann WebM-Format, oder irgendwas, was nicht so viel wegnimmt, ja, oder könnt ihr es ja nochmal komprimieren, oder so, scheißegal, oder teilweise habt ihr sogar nur Audio, ja, also, je nachdem, ne, ja, das würde ich jetzt alles machen, weil jetzt geht ja noch alles, da wird, ständig heißt es irgendwie mit Internet, äh, bla, da wurden schon gewisse Szenarien durchgegangen, und, äh, das könnte erst passieren, Cyberangriff oder so, und auch Stromausfall heißt es auch die ganze Zeit in den Medien, ich würde da echt ein bisschen aufpassen, nicht in Panik geraten oder so, ja, äh, aber wenn ihr dann ein bisschen Vorkehrungen getroffen habt, oder Szenarien durchgegangen seid, wie kann man dann reagieren und so, kann natürlich auch ganz anders kommen, ja, aber ihr seid zumindest schon mal durchgegangen, dann, äh, könnt ihr da mit ein bisschen mehr Gelassenheit entgegen sind, und was noch ganz, ganz wichtig ist, ne, Werkzeugkoffer in verschiedenen Werkzeugen, genau, ja, auch, was übrigens so ein Punkt ist, ne, ihr denkt jetzt vielleicht, ah, nee, ich brauche da erst nicht oder so, klar, ist euer Ding, ne, äh, je nachdem, wo man wohnt, ist es auch nicht so clever, viel da zu haben, weil man eh weg muss, habe ich ja schon erst gesagt, so, äh, nur, stell dich mir vor, ihr sagt jetzt, zum Beispiel mit der Covid-Impfung, gibt ja welche, die wollen sich da nicht impfen lassen, ja, und, äh, übrigens, ich habe auch noch sehr viele Umfragen gemacht, ne, guckt doch mal hier bei mir auf dem Kanal, Let's Man Talk Live, auf Community, da könnt ihr noch, äh, abstimmen, ja, auch ob es eine allgemeine Impfpflicht geben sollte oder so, ne, äh, da könnt ihr noch mal reinschreiben, ich glaube übrigens nicht, dass das wirklich in der Form kommen wird, ja, aber wir werden ja sehen, ausschließen kann ich es natürlich nicht, aber, äh, Hunde, die willen beißen nicht, ne, sagt man doch, oder? Ähm, so, stell dich mir vor, ihr wollt euch da nicht impfen lassen, oder ihr wollt bestimmte Sachen nicht, aber ihr habt nichts daheim und dann ist was, so, hier, geht nichts mehr oder nichts mehr im Geschäft zu kaufen, Lieferkettenbrechen sammeln, was auch immer, so, und dann ist da was, aber von irgendwelchen Behörden, die sagen dann, in der und der Halle, da kriegst du eine warme Suppe oder was, ne, ne, Mahlzeit halt, ne, aber, damit du hier was kriegst, musst du dich halt impfen lassen, und dann, ne, wenn ihr dann nichts daheim habt, oder keine Möglichkeiten habt, oder so, ne, schlecht, irgendwann will man ja was fressen, ne, versteht ihr, wenn man keine Vorkehrung getroffen hat, hat man auch dann nicht mehr so den Handlungsspielraum, ne, oder wenn ihr gar nicht mehr ins Geschäft reinkommt, teilweise, oder so, wenn es dann irgendwie heißt 2G, oder so, dann könnt ihr aber noch überbrücken, dann könnt ihr noch überlegen, was mache ich jetzt, aber wenn schon nichts mehr da ist, und ihr Hunger habt, sorry, ne, aber das ist keine gute Voraussetzung, um durchzuhalten, ja, dem einen oder anderen kannst du auch wirklich weiterhelfen, fest im Glauben zu sein, zum Beispiel im Glauben an Jesus Christus, oder wie auch immer ihr den nennen wollt, ja, äh, weil, wenn das so stimmen sollte, ich bin jetzt nicht der gläubigste Mensch, aber der ein oder andere von euch vielleicht schon, und wenn das stimmen sollte, und es wirklich Richtung Endzeit geht, dann ist das halt wirklich, vielleicht euer einziger Freund, den auch habt am Schluss, oder der Einzige, der euch noch helfen kann, der euch doch vielleicht dann Hinweise geben kann, vielleicht auch, passieren dann Sachen, wo ihr dann vielleicht doch noch rauskommt, aus einer gewissen Situation oder was, oder, aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob es das überhaupt alles gibt, oder so, ja, das ist ja alles nur spekulativ, ja, aber das ist halt auch nochmal so ein Ding, also, äh, wenn das stimmen sollte, und, dann reicht das andere halt nicht, ja, also, ja, und ich hab ja auch in der letzten Sendung, Schöne neue Welt, da hab ich ja ganz viel erst angesprochen, was da vielleicht kommen könnte, oder so, oder wie man euch dann vielleicht ködern kann, ja, das würde übrigens auch wieder zum Thema Endzeit passen, ja, dass man dann, äh, den Switch macht, und gewisse Leute halt, sagt man, ich schmeiß nicht runter von der Bühne, und stellen dann neue Leute hin, und dass da am ersten Mal, erst mal, das alles ganz toll rüberkommt, oder zumindest viel besser als jetzt, und die Leute dann jubeln, und lassen sich dann ködern, ja, das schließt sich ja nicht aus, ja, denn selbst da heißt es ja, dass erst mal dreieinhalb Jahre Tutti sind, für die Leute, die mitmachen, und dann erst die anderen dreieinhalb Jahre nicht so toll. Aber das ist so eine Sache, es wurde schon vieles prophezeit, dann, äh, wobei, momentan könnte es halt wirklich dann stimmen, oder es wurde immer schon viel gesagt, was kommt, das und das und das, das kam dann nicht, äh, man muss sich doch nicht komplett verrückt machen, ja, aber so, wenn man sich mal zwei, drei Gedanken gemacht hat, äh, dann denke ich, kann man vielleicht ein bisschen besser schlafen, ja, äh, die Zeiten können verdammt hart werden, es könnte ein sehr, sehr kalter und harter Winter werden, und es soll ja schließlich auch danach noch irgendeiner da sein, der mal eine Sendung guckt, ja, ihr müsst leben, damit ihr einschalten könnt, ne, so, äh, ja, und da ist dann vielleicht auch mal, wie gesagt, hier, wenn mit Internetfeierabend ist, oder Kanäle gelöscht werden, oder man komplett geblockt wird, oder wenn es irgendwie heißt, wenn ich dich impfen lässt, dann hast du keinen Internetanschluss mehr, oder kein Mobiltelefon mehr, oder was kann ja alles kommen, und dann, äh, hat man, hat man aber zumindest das hier noch gesagt in der Sendung, ja, das war mir einfach noch wichtig, also, es kann den einen oder anderen ein bisschen inspirieren, ja, auch wenn nur zwei, drei Punkte dabei waren, wenn es irgendjemandem hilft, freut mich das unheimlich, wenn es, wenn du ein einziger dabei bist, reicht schon, ja, äh, ja, ja, und auch Leute, die ich jetzt da vielleicht jetzt nicht mehr so leiden kann, oder, was auch immer da jetzt war, oder irgendwelche Differenzen, oder so, ja, aber ich, ich wünsche denen ja trotzdem, jetzt nicht unbedingt, dass die verhungern sollen, oder so, oder, versteht ihr, was ich meine, oder, dass Existenzen zerstört wären, klar, wenn man natürlich da ein Konflikt wäre mit jemandem, und hätte gar keine Möglichkeit mehr, sich zu wehren, dann könnte man vielleicht zu drastisch mittelgegrieren, wenn gar nichts mehr gehen würde, ne, aber, das ist ja ein ganz, 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 ganz anderes Thema, ne, aber ansonsten hat ja doch jeder seine Existenzberechtigung, so sehe ich das, und auch Kanäle, die ich jetzt vielleicht nicht so präferieren würde, oder so, ne, und ich will auch nicht, dass diese anderen Kanäle blatt gemacht werden, ja, oder irgendwie, oder das dann irgendwie, wem es nicht gefällt, da brauchst du ja nicht zu gucken, ne, ja, ganz einfach, und, ich muss auch nicht unbedingt jemanden persönlich sympathisch finden, vielleicht fand ich gewisse Leute mal sehr, sehr sympathisch, heute vielleicht nicht mehr, aber das, wie gesagt, das bedeutet nicht, und ich habe ja da vorhin auch jemanden erwähnt, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, und, aber das heißt ja nicht automatisch, dass da jetzt, dass man sich das, dass man das überhaupt nicht gebrauchen kann, ne, also, sondern da ist schon einiges dabei, also, finde ich, muss halt auch mal gesagt werden, ähm, ansonsten, ähm, eigentlich könnte ich sogar noch mal, äh, ich habe ja mal so einen, so einen Beitrag gemacht, Deutschland im Herbst, ich könnte eigentlich noch mal einen machen, Deutschland im Winter, oder Deutschland im tiefsten Winter, oder Winter is coming, wie bei, wie bei, äh, Game of Thrones, aber eigentlich hatte ich da schon alles gesagt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, den, also, das Video, den Beitrag, dann guckt euch den auf jeden Fall noch an, Deutschland im Herbst, ein Kommentar zur aktuellen Situation, ja, und da gibt es ja auch ansonsten genug Kanäle, die sich jetzt dann mit den aktuellen Sachen befassen, was da alles ist, äh, ich denke, es hat auch viel mit Verunsicherung zu tun, mit Angstmache und so, ja, und das halt, äh, was übrigens auch sehr schön war, weil ich mal hochgeladen habe, vielleicht habt ihr das nie gesehen, aber das war dann irgendwie halt ein Video, äh, Jesus Christus mit einem Hinweis an die Bundesärztekammer, Lehrer, Eltern, und alle anderen, oder so ähnlich hieß das, ne, und da ist ja gesagt worden, ne, dass, wer, jene von diesen gering geachteten zu Fall bringt, also, die Kinder meint er in dem Fall damit, so wie ich das verstanden habe, der käme noch gut damit weg, wenn man ihm einen Müllstein an dem Hals hängen und den im Meer versenken würde, wird da gesagt in dem Video, steht auch so sinngemäß in der Bibel. Er hat's gesagt, ja, und wenn's wirklich Jesus geben sollte, oder sowas, und irgendwelche Leute dann denken, sie müssten da jetzt irgendwelche Sachen mit den Kindern machen, und die Kinder da Schaden davon tragen, äh, bis hin zum Tod, notfalls, also, schlimmstenfalls, ja, dann will ich nicht in den hier rausstecken, ja, und er sagt, die Leute würden doch gut dabei wegkommen, wenn man sie im Meer versenken würde. Das heißt also, was einen dann ansonsten vielleicht erwarten würde, wenn Jesus einen in den Finger kriegt, das, äh, dann würde man nicht so gut wegkommen, wie auch immer, ja, also, klar, kann man natürlich drüber lachen oder so, ich weiß das alles nicht, äh, man muss doch nicht super gläubig sein, aber jetzt, äh, wichtig ist auch, vielleicht bestimmte Sachen einfach nicht mitzumachen, ja, so sehe ich ja zumindest, mal, einfach auch mal ein Nein zu sagen. Vielleicht werde ich sogar da nochmal eine Sendung machen, über Strategien oder so, aber, das wollte ich ja eigentlich schon machen, das wäre die Sendung gewesen, mehr als verliehen können wir nicht, aber da war die Resonanz irgendwie nicht so da, oder, haben sich bestimmte Leute nicht gemeldet, ähm, ja, ja, versucht einfach echt, äh, echt anständig zu bleiben in dieser Zeit, und versucht, echt, überlegt euch wirklich, was ihr macht, und dass ihr nicht irgendwelche Sachen macht, die, äh, ihr echt, später bereuen werdet, oder einfach nicht mehr rückgängig zu machen sind, oder sowas, obwohl ihr dann nachher, äh, sagt, Scheiße. Versteht ihr? Also, weil jetzt, man könnte wirklich sagen, echt, wir werden momentan alle geprüft, ja, auf der einen oder anderen Art und Weise. Die Bibel ist stellenweise eine billige Kopie, Abänderung, zum Beispiel der sumerischen Religion, auf die kannst du dich nicht verlassen, ich verlasse mich ja nicht darauf, verstehst du? Aber ich muss dir schon sagen, dass es kann trotzdem stimmen, was da drinsteht, ich weiß es ja nicht, und, äh, gerade jetzt Zitate von Jesus, da ist teilweise, sind da richtig gute Sachen dabei, ja. Das sind so, so zwei, ja, also, was ich ja immer gerne zitiere, ist, Jesus Christus und Captain George Pika. Ne? Ne? Ja. Da gibt es ein paar gute Sprüche, auf jeden Fall. Also, hoffen wir, dass das nicht irgendwie jetzt das Ende der Zeit ist, oder sowas. Das wäre schon krass, was dann käme, wahrscheinlich, ne? Also, und die allerwenigsten von uns würden dann wahrscheinlich da rauskommen. Also, ich bin ja nicht supergläubig, ja, das gibt es ja zu, ich würde vermutlich da nicht zu denen gehören. Was, Let's Plan Talk Live, was hältst du von der Corona-Impfung? Abstand! Ich persönlich, ja, also, ich würde mich nicht freiwillig impfen lassen. Aber das, so, meines Erachtens sollte das einfach den Leuten selbst überlassen sein, ja, welcher medizinischen Behandlung sie sich unterziehen, oder nicht. Ja? Wer sich da irgendwie schlau machen will über das Thema, da ist ja genug da. Wenn man das will, wenn dann das wirklich interessiert. Heißt jetzt so nicht unbedingt, dass da, äh, da ist auch viel Desinfo wahrscheinlich und, äh, muss man auch extrem aufpassen. Ähm, ja. Vor allem immer, wenn irgendwelche Leute sagen, sie wüssten ganz genau, ja, das ist jetzt die machen, das aus dem und dem Grund und so und so, dann kann man sich immer die Frage stellen, woher weiß denn derjenige das? Woher will denn die das wissen? Oder gehört der selber zu denen dazu? Ja, dann könnt ihr es vielleicht wissen, ja, also, ne, also, lasst euch da nicht so verarschen, ja, und da auch nochmal wirklich das Video angucken, Deutschland im Herbst, ein Kommentar zur aktuellen Situation, weil, da habe ich das nämlich auch nochmal ein bisschen angesprochen, ja, also, dass vielleicht Leute euch streckig in die Sicht grinsen und, äh, euch verarschen, nach Strichen fahren, aber, dass die Leute Angebote machen und, äh, das nehmen die anderen ja auch dann freiwillig an, ne, die sich da reinziehen. Naja, genauso gut kannst du dir auch paar Kalendersprüche an die Wand hängen, ja, wenn es Kalendersprüche von Jesus sind, dann sind vielleicht jetzt nicht unbedingt die schlechtesten Sprüche, ne, das war auch damals schon so, obwohl wir hier mit Nature 23 Sendung über die Handzeit gemacht haben, wo dann andere gesagt haben, mal nö, bla bla, äh, das passt nicht mit Gott oder so, oder gewisse Sachen, oder, ich kann mir das so nicht vorstellen, aber, wissen wir doch nicht, wie das dann ist, ja, ob wir uns das vorstellen können oder nicht, wenn das existiert, existiert es und wenn nicht, dann nicht. Also, und wenn es das nicht gibt, dann könnt ihr so viel dran glauben, wie ihr wollt, dann ist das einfach nicht da. Also, oder es ist halt umgekehrt. Wir wissen das nicht. Also, ja, aber es könnte halt vielleicht für den einen oder anderen, von euch halt noch ein Drohs sein, wenn es dann halt wirklich hier, äh, richtig, richtig übel wird, ja, also, ja, und vielleicht kommt dann da noch irgendwie Hilfe oder so, oder es ist einfach nicht so vorgesehen, ja, das kann doch auch sein. Also, keine Ahnung, wenn das nur eigengützig ist oder so, oder, dann vielleicht sowieso nicht, also, für mich war einfach wichtig, auch die letzten Jahre oder so, dass, ich einfach gewisse Sachen angesprochen habe, dass ich einfach versucht habe, auch meine Erfahrungen mit euch zu teilen und, einfach, auch, ja, auch gewisse Entwicklungen, die es halt gab, ne, es hat sich ja vieles schon abgezeichnet, auch schon vor ein paar Jahren, und, für mich ist einfach wichtig, dass ich halt einfach, mein Möglichstes auch getan habe, um vielleicht über gewisse Dinge aufzuklären, um gewisse Sachverhalte halt, äh, darzustellen, oder hier irgendwie, ja, ne, halt einfach diese Infos halt rauszugeben, und ich mache Angebote, man kann die Angebote dann nehmen oder nicht, man kann das scheiße finden, ja gut finden, aber ich, das war mir einfach wichtig, also, ja, und wird mir wahrscheinlich auch in Zukunft wichtig sein, aber es kann sein, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, aber ich hoffe es nicht, ja, man muss jetzt auch nicht alles so pessimistisch sein, äh, was kommt, wird sowieso kommen, also, die Dinge sind so, wie sie sein müssen, sonst wären sie anders, ganz einfach. Was, jeder soll für sich entscheiden, und nicht über andere hetzen, und dazu nötigen, guckt euch auch nochmal mein Video dazu an, äh, ähm, ähm, wie heißt denn das überhaupt noch? Bedingt durch das Schicksal, die Würfel sind gefallen, genau. Da habe ich da auch noch einiges dazu gesagt, zu diesen Themen, die ihr jetzt hier am Schluss angesprochen habt. Die meisten Leute gehen nach den eigenen Befindlichkeiten, ja, Nature23 sollte Kontakt zu Sister aufnehmen, denn, die ist wirklich von der Wohne besessen, okay. Wer ist diese Nature23, ich habe meinen, ähm, Livestream von ihm gehört, nicht positiv. Ja, guckt euch doch einfach den Stream an, Free for, äh, Free for all, Folge 56, oder auch 57, der Exorzist, ja, da war doch auch der Nature dabei. Da war auch Gott weiß es nochmal dabei. Vielleicht wird es sogar irgendwann nochmal einen Chaos-Stream 3 geben. Vielleicht noch mit manchen Charakteren davon früher. Äh, liebe Religionen sind eher Fantasiewelten, genauso könntest du argumentieren, dass Vampire die Welt erobern, oder Aliens die Erde angreifen, selbst das könnte ich nicht ausschließen. Letzteres wäre wahrscheinlich, sicher, aber auch unrealistisch. Fakt ist, die Dinge sind so, wie sie sind. Das, was, ja, die Wahrheit ist das, was objektiv wirklich ist. Ungeachtet unserer eigenen, höchst subjektiven Wahrnehmung und den Interpretationen, die daraus entstehen. Ganz wichtig. Ja? Egal, ob wir das erfassen können oder nicht, oder was auch immer. Das ist einfach so. Wenn wir vielleicht nie erfahren, was wirklich die Wahrheit ist, aber trotzdem existiert sie. Und immer unterscheiden Wahrheit und Wahrnehmung. Wahrnehmung ist immer subjektiv. Und die Wahrheit ist objektiv. Ja? Und solange noch irgendetwas, solange etwas noch Ansichtssache ist oder so, oder wo man eigentlich drüber debattieren kann, ah, das ist jetzt so und so, also was jetzt nicht wirklich klar ist, ja? Dann ist es streng genommen auch weder wahr noch unwahr. Zum Beispiel, wenn ich sage, grün ist eine schöne Farbe oder so. Das ist weder wahr noch unwahr. Das ist ja nur meine Ansicht. Oder wenn ich jetzt hingehe und ich zeichne jetzt eine 6 auf dem Blatt und ihr guckt aber, ihr seid gegenüber und vielleicht ist es eine 9. Ja? Und das benutzen ja Leute gerne als Trick, um zu sagen, ja, guckt mal, die Wahrheit gibt es doch gar nicht. Doch. Versteht ihr? Ja? Nur das ist ja weder wahr noch unwahr. Ja? Das interpretiert der eine so, der auf der anderen Seite sitzt und der andere interpretiert es so. Das war alles Interpretationssache. Ja? Das ist alles subjektiv. Wie ich Schriftzeichen interpretiere oder wie auch immer. Das ist eine ganze Wahrnehmung subjektiv. Ihr könnt euch auch kein objektives Urteil über irgendwas bilden oder einen objektiven Testbericht schreiben oder so. Streng genommen geht das nicht. Ja? In letzter Konsequenz. Ne? Und hier mit dieser Truth-A-Szene, da könnt ihr ja auch immer gucken. Ne? Also wenn sich jemand Truth-A-Nennt, dann sollte er ja eigentlich auch wissen, wie Begriffe wie die Wahrheit überhaupt definiert sind. Und wenn die dann sagen, die Wahrheit gibt es ja gar nicht und bla bla bla, dann ist es ja auch interessant. Oder wenn ihr die dann auf etwas hinweist und das interessiert die einfach gar nicht und die labern trotzdem ihre Scheiße weiter. Ja? Oder wenn die nicht wissen, wie Lüge definiert ist oder einfach nur die Unwahrheit oder so. Ja? Die Lüge, eine Lüge ist immer die Unwahrheit, aber die Unwahrheit ist es nicht automatisch eine Lüge. Denn die Lüge ist immer eine bewusste Täuschung. Ihr könnt aber jemanden auch unbewusst täuschen, weil ihr wirklich denkt, zum Beispiel eine bestimmte Spritze oder so, die ist ganz toll für jemanden und empfiehlt das, sagt, das ist der Knaller und war es dann gar nicht. Aber ihr habt einen guten Glauben halt gehandelt, ne? Wie heißt das doch so schön, eurem Glauben nach wird euch geschehen. Ja, das passiert jetzt auch. Wie es aussieht. Dann musst du bei der 6 unten einen waagerechten Strich hineinzeichnen. Das ist klar, dass es ein 6 ist. Ja, aber vielleicht kommst du aber auch aus einem anderen Land und da ist das Zeichen wieder ein anderes. Verstehst du? Ja. Da könnte man dann vielleicht sagen, wie die Molekularstruktur des Blattes oder der Farbe oder was das ist. Ja. Also wenn man das Allerkleinste unterbricht. Also das, was halt wirklich ist. Und selbst wenn das hier alles nur ein Matrix wäre oder so, dann ist halt das, versteht ihr, was ich meine? Aber das ist alles immer Interpretation. Streng genommen ist das auch, wenn ich sage, die Wand ist weiß und für den anderen ist es aber hellgrau oder so. Versteht ihr? Streng genommen. Ja. Also immer unterscheiden, ne? Ja. Die Wahrheit ist das, was wirklich objektiv ist. Die Wahrheit ist auch nicht verhandelbar. Das ist das, was wirklich ist. Und alles, was subjektiv ist, Ansichtssache, bla bla, ne? Das ist die Wahrnehmung und die Interpretation. So. Die Offenbarung des Johannes bietet viel Einsicht und bevorstehende Ereignisse. Ja, möglicherweise schon, ne? Meine persönliche Meinung, was ziehst jetzt, ziehst du jetzt die Religion mit hinein? Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht der allergläubigste Mensch. Woher soll ich denn wissen, ob Gott überhaupt existiert und welcher der Richtige wäre? Vielleicht gibt es doch aller. Ja? Das wisst ihr doch alles nicht. Das wisst ihr doch erst, wenn es soweit ist. Oder es gibt das gar nicht. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht werdet ihr auch inkarniert, vielleicht auch nicht. Das sind alles so Dinger, woher wollt ihr das denn wissen? Das könnt ihr vielleicht erahnen. Aber wissen, oder ihr wart schon mal tot, dann vielleicht wisst ihr es dann, ja? Sagt, wie ihr da zurückgekommen oder so. Keine Ahnung. Ja, Logenbruder, mach mal wieder ein paar lustige Videos. Ich würde sagen, so zwei Stunden, zwei Stunden 30 so, ist doch eine gute Zeit, um aufzuhören. Ja. 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 Ja, guckt einfach, falls ihr demnächst bestimmte Sachen nicht mehr verfügbar sind oder Lieferzeiten sehr lange sind, guckt einfach, dass ihr jetzt noch alles habt, was ihr braucht. Für den täglichen Bedarf, sonst irgendwas. Ja. Einfach alles. Guckt von mir aus auch eure Zähne oder so, dass ihr die in Ordnung bringt, falls da noch irgendwas ist, falls ihr Zahnarztbesuche aufgeschoben habt. Und ich bin da nämlich auch immer so jemand, der da ein bisschen so Panik hat vor Zahnärzten. Äh. Und. Ja, so ein Kram halt. Dass da einfach alles erledigt ist erstmal. Ja. Und es gibt einen Spruch, der heißt, kennt ihr bestimmt, besser man hat, als man hätte. Ja. Und ich denke, da ist dann schon was dran. Und besser, ihr habt etwas und braucht das nicht, als dass er etwas braucht, dann habt ihr es dann nicht. Ja. Und wie gesagt, was Essen angeht, der könnte das immer noch essen. Also, selbst wenn nichts ist. Ja. Und ihr seht ja, was alles passieren kann. Hier mit der Flut und alles, die da war. Und da haben die Leute auch nicht damit gerechnet. Ja. Was ich euch auch noch wirklich ans Herz legen kann, ne. das ist, äh, je nachdem, wie es halt, ähm, ich bin gerade am überlegen, wegen Versicherungen oder sowas, ja. Aber, ich meine jetzt zum Beispiel auch hier wegen den Häusern und dann war das aber dann nicht mit drin, wo das alles weggespielt wurde und, aber, das ist eh sowas. Ich meine, klar, solange hier noch irgendwie eine Ordnung besteht oder man da noch Geld kriegt von der Versicherung, aber, klar, wenn hier natürlich das zusammenbrechen würde, dann bringt die Stadt natürlich wahrscheinlich auch nichts mehr. Also, ich versuche nur gerade noch zu überlegen, was, äh, ja. Und, was jetzt alles so passiert, ne. Äh, ich höre manche Leute mal sagen, ja, aber ich muss das ja so machen oder ich habe keine andere Wahl und überleg dich mal, ob ihr wirklich keine andere Wahl habt, was nicht noch andere Möglichkeiten gibt. Manchmal ist die Lösung sogar ganz einfach. Gewisse Sachen habe ich angeschnitten, zum Beispiel in der Folge Free for All 56, bei dem Gespräch mit Nature oder auch, äh, Deutschland im Herbst, ein Kommentar zur aktuellen Situation. Äh, man kann sich schon gewissen Situationen entziehen. Nicht immer, aber sehr oft. Und manchmal kann man auch einfach sagen, ich gehe weg von diesem Spielfeld. Aber das habe ich ja schon angesprochen. Ja, kann man auch mal ein bisschen kreativ sein, wenn man einfach gewisse Sachen nicht mitmachen will oder nicht mit sich vereinbaren kann. Eine Sache ist, wenn man sich selber irgendwas antut, aber eine andere Sache ist, wenn es dann die eigenen Kinder betrifft, die Familie oder Schutzbefohlene oder sonst irgendjemanden, ne? Also das ist, ich würde mir das echt überlegen, weil das ist eine Zeit, wo man wirklich sehr viel Schuld auf sich laden könnte und die eine oder andere Sache ist vielleicht sogar unverteiligt dann, ne? da gibt es dann vielleicht nur noch einen, der euch das dann vergeben kann in letzter Konsequenz oder der dann darüber richtet, ja? Also es ist vielleicht auch nicht an uns, das dann zu machen. Wenn das denn so wäre? Ich denke, es bringt wenig, in etwas hineinzuinterpretieren, was das Holz brauchst du zum Beispiel für dein Lagerfeuer und es hilft dir nicht, Jesus darin zu sehen, darum geht es doch überhaupt nicht. Oder zu glauben, das Holz kann selbst fliegen. Jahrzehntelang ging es darum, nun kommt man ins Ziel, Kirchenaustritte etc. plus jede Menge Sachbeschädigungen plus, übrigens, ne? Auch wenn Leute mal sagen, ich habe keinen Bock auf Kirche oder so, ich auch nicht. Also die Frage ist, ob das überhaupt viel mit Jesus zu tun hat. Also es ist doch stark zu bezweifeln und guckt euch doch mal an, wie die jetzt alle sich verhalten, größtenteils die sogenannten Christen. Ja? Das ist schon übel. Also da könnt ihr auch mal hier den Ferrat Schanke, könnt ihr euch mal angucken, ja, wie heißt das, EFK-Riedlingen, ne? Der Kanal. Könnt ihr auch mal gucken. Ja, erzählt da auch mal ein bisschen was. Ähm. Was? Suche dicke Frau, die ich in der Not auch vernaschen kann. Es ist gut, der Spruch. Der Islam ist auch eine gute Religion. Wieso soll, wieso soll was zusammenbrechen? Roxanne, es ging ihm nicht um gut, sondern was war es? Gepriesen sei. Jahuah. Ihr könnt es ja auch sprechen, wie ihr wollt, ja? Äh. Auch Jesus, könnt ihr auch Jeschua nennen oder wie auch immer. Aber ich denke mal, wenn es jetzt Jesus gäbe und ihr den Jesus nennt, aber in Wirklichkeit halt Jeschua, der wüsste, glaube ich, trotzdem, wer gemeint ist. Äh. Die Leute suchen sich stattdessen ihren persönlichen Gott und es gibt jede Menge mehr Glaubensrichtungen. Auch politische Ideologie ist so etwas wie eine Glaubensrichtung. Ja, auch der Glaube an die Wissenschaft, ja? Ist auch ein Glaube übrigens, ne? Äh. Damit meine ich jetzt nicht Sachen, die man zweifelsfrei beweisen kann. Experimentell zum Beispiel oder so, ne? Das ist ja dann kein Glaube, sondern das ist ja dann bewiesen, ne? Datenkralle, das war doch gewünscht und seit Jahrzehnten läuft das also übrigens hier mit Joe Conrad, ihr habt das ja wahrscheinlich gesehen, hier dieses flache Erde-Ding, was er da nochmal gemacht hat, also warum das nicht flach sein kann oder so, könnt ihr euch mal noch reinziehen. Dann, äh, dann noch die Aussage von Alexander Wagernd, da hab ich ein kleines Video hochgeladen, weiß ich jetzt aber nicht über welchem Kanal, entweder Let's Play and Talk Live, Let's Play and Talk No-File-Kanal oder Let's Play and Talk Gaming, wo er gesagt hat, er ist flach. Ist ja auch nochmal sehr interessant, ja? Äh. Ja. Ich bin übrigens immer noch dazu bereit, da irgendwie nochmal eine Sendung drüber zu machen. über das Thema, auch wenn das jetzt nicht so im Vordergrund steht, ähm, gibt's ja auch dieses Video da von mir, ne? Also dieses flache Erde-2021, der große Comeback, oder? Ja, da haben wir ja früher hier viel drüber diskutiert in der Sendung. Äh. Ja, wobei es hier Leute drin gab, die da mehr an dem Thema drin waren als ich, ne? Muss man ja doch ganz ehrlich sagen. Äh. sich vorzubereiten, klar im Kopf fokussiert bleiben und versuchen durchzukommen, wenn am Ende nichts passiert, na dann hat man was über, ist doch auch nicht schlecht. Alles easy, ja. Ja. Mit Jesus bist du in der EU nicht gut angesehen, besser andere Religion. Und ja, übrigens, wenn das stimmen sollte, was da drin steht, hier mit Endzeit und wenn das kommen würde, dann müsst ihr euch eh, müsst ihr eh davon ausgehen, dass wenn ihr nicht gegen Jesus seid, dass ihr dann wahrscheinlich auf übelste Art und Weise verfolgt werdet. Ich glaube, da müsst ihr noch nicht mal besonders gläubig sein. Da müsst ihr noch nicht mal sagen, ey, ich bin hier der Superchrist oder so. Ich glaube, es reicht allein schon, dass ihr nicht dagegen seid. Und, ja. Oder nicht, oder nicht für etwas Bestimmtes, ja. Das reicht auch schon. Nicht für etwas Bestimmtes zu sein, was die dann da durchziehen wollen. Ihr sagt vielleicht, kann ich meinem Gewissen nicht vereinbaren oder das geht nicht oder so. Und dann kann es auch übel aussehen, ne. Also, guckt euch mal die Voyager-Folge an. Äh, scheiß, wie hießen die noch? Ich hab da mal ein paar Ausschnitte hochgeladen. Das Erinnern oder so? Oder wie hieß denn das noch? Remember, hieß die, glaube ich, auf Englisch, die Folge. Ja. Guckt euch die mal an. Sucht das mal. Star Trek Voyager Remember. Guckt euch mal die Folge an. Und da könnt ihr sehen, wo vielleicht die Reise hingeht. Die ist nämlich, die war nicht so gut, die Folge. Aber, worum es da geht, ja. Das ist gar, da sind wir vielleicht gar nicht mehr so weit weg. Ja. Meiner Ansicht nach. Hoffentlich liege ich da falsch. In Frankreich gab es sogar einen Brand in der großen Kathedrale. Roxanne, Güsse, ist mir halt was? Klamrsrichtung, Teil davon, blablabla, RF Rules. Das sind unsere Werte. Du hast keine Werte. So. Habt ihr noch irgendwas, irgendwas Wichtiges? Ansonsten machen wir dann jetzt Schluss für heute erstmal. Und schreibt mir das bitte auch alles in die Kommentare. Nehmt nochmal an den Umfragen teil. Let's play and talk live. Community. Da teilnehmen. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Gerade hier, was das jetzt angeht mit der Krise. Da wird euch bestimmt noch einiges anfallen. Ja, dass ihr das ergänzen könnt. Ich hab ja nur ein ganz kleines bisschen was angerissen. Wenn ihr da Empfehlungen habt oder wo ihr auch sagt, nee, da hast du, das siehst du falsch oder so. Wenn ihr da was korrigieren wollt. Egal. Macht das dann. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wann kommt die Ex-Lengue? Das weiß ich nicht. Das ist ja bei mir immer so eine Sache. Die kann sehr schnell kommen. Es kann auch sehr lange dauern. Wir werden sehen. Guckt euch auch die anderen Sendungen von mir an. Ich werde jetzt mal Schluss machen hier. Das ist nämlich jetzt eine gute Zeit. Ich bin hier schon über zweieinhalb hinaus. Also, hab mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Teilt die Sendung gerne. Das würde mich sehr freuen. Dass auch noch ein paar andere Leute sich das angucken. Vielleicht ein bisschen Inspiration da holen oder so. Vielleicht könnte ich ja ein ganz, ganz kleines bisschen was damit bewirken. Wenn auch als Laie. Was wird dir noch geben? Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Liebe, ja. Also, bis dann.